Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Zieht die Wanderstiefel an, schnallt den Rucksack auf und steckt neue Batterien in die Taschenlampe. Wir gehen unter Tage mit dem neuen Magic Set die verlorenen Höhlen von Ixalan. Was wir da beim Abstieg im fahlen Scheinwerferlicht entdecken, welche neuen Mechaniken wir erkunden und welche der von tollen Künstlerinnen extra angefertigten Artworks wir endgültig mit einem Tasty-Preis versehen, das erfahrt ihr in dieser transformativen Folge. Einen habe ich noch. Kommen ein Dino, ein Vampir und ein Pirat in eine Bar. Wacht der Barkeeper. Was darf es denn sein? Antworten die drei. Alles nur kein Pilz. Weitere unterirdisch gute Pointen, die gibt es jetzt im Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set Review. Los geht's! Das ist schon, das ist schon das Highlight wahrscheinlich, was wir an Gags in dieser Folge raushauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, da. Hallo. Hallo Martin. Hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, hallo. Stimmt, wir begrüßen meistens immer nur uns selbst. Genau. Aber heute begrüßen wir mal explizit auch die Leute, die versehentlich eingeschalten haben. Oder vielleicht auch gezielt. Ich habe mal geguckt, die Folge zu der Story wurde sehr, sehr erfolgreich gehört. Ach wow. Erfolgreicher als, also alle unsere Folgen sind natürlich auf die eine oder andere Art erfolgreich. Aber die tatsächlich auch von, dadurch, dass Leute sie gehört haben. Quantitativ erfolgreich quasi. Ja. Das ist doch schön. Ja, sehr schön. Ich merke, ich rutsche immer ein bisschen in so eine, das was ich früher aus dem Fernsehen gelernt habe von Moderatoren und Moderatoren aus dem Fernsehen, sobald der Podcast losgeht. So ein bisschen so ein Thomas Gottschalk kommt aus mir raus. Oh, das ist nicht. Was in vielerlei Hinsicht richtig falsch klingt. Ähm, Punkt. Genau, was machen wir heute? Geschickte Überleitung. Wir haben eine kurze Vorspeise, ähm, mit ein paar Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Und dann steigen wir direkt ein in die Hauptspeise und besprechen das neue Set. Und wir haben den ganzen Ballast von der Story, haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Und wenn ihr die nicht gehört habt, ist auch nicht schlimm, weil wir haben festgestellt, das Set kann man auch sehr gut ohne diese Story verstehen, interpretieren, wahrnehmen. Das ist die Story auch hinderlich, dieses Set zu verstehen und wahrzunehmen. Das klären wir dann im Nachgang nochmal. Also wir stellen auf jeden Fall die Mechanismen vor, wir stellen die Draft-Archetypen vor und wir sprechen so ein bisschen, habe ich mir gedacht, am Schluss nochmal, über diese, diese neue Ära der Backdrop-Sets. Würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Interessant. Ja, freue ich mich drauf. Ja, dann gut. Dem möchte ich erstmal nichts hinzufügen. Würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zur Vorspeise. Und da habe ich vorbereitet eine Kartoffelsuppe. Mhm. Oh, warum nicht? Weil die Kartoffel kommt ja ursprünglich aus Südamerika. Und ich dachte, um diesen Bezug zum kulturellen Background des Sets herzustellen, suche ich mal Sachen raus, die ursprünglich aus Südamerika kommen. Und mir sind leider nur zwei eingefallen auf die Stelle. Und deswegen habe ich aber auch noch eine dritte Gag-Speise vorbereitet. Okay. Jetzt schon, bin schon, jetzt schon leicht, leicht aufgeregt. Freue ich mich. So, sag mal, du hast ein bisschen was zur Vorspeise vorbereitet, was mir erstmal nichts sagt. Crossing the Streams? Ja. Was ist das? Also Crossing the Streams, der Ausdruck kommt natürlich aus Ghostbusters, wenn du dich erinnerst. Und das darf man natürlich nicht machen, wenn so verschiedene Streams gekrosst werden. Und ist so in der Nerd-Culture, wenn so, ist das Universe is beyond außerhalb von Magix. Da sagt man hier, Crossing the Streams, wenn sich zwei, zwei, zwei ... IPs. IPs, Franchises oder zwei ... Brands. Settings überkreuzen, genau. Und wir wissen ja, Wizards of the Coast macht nicht nur Magic the Gathering, die machen ja auch Dungeons & Dragons. Und das finde ich ja sehr schön. Auch da gibt's eine sehr meinungsstarke Community. Und auch da ist oft die Meinung, dass Wizards mit diesem Produkt nur Geld verdienen will. Und ... Aber ich finde, es ist nach wie vor wirklich ein sehr gut gemachtes und schönes Rollenspiel-Universum, wo sehr viele kreative und engagierte Leute dran arbeiten, die sich da sehr viel Mühe geben, kreative Sachen zu machen. Und manchmal gucken die auch mal, was die Leute in den Nachbarbüros so machen. Und dann gibt's so schöne Sachen wie so ein kleines Büchlein, das man digital kaufen kann von Wizards of the Coast for Dungeons & Dragons. Das nennt sich Monsters Companion. Und da gibt's ein Monsters Companion, wo verschiedene neue Monster in die Dungeons & Dragons Welt eingeführt werden, die man in seine Kampagnen benutzen kann. Und da haben sie eins gemacht mit Kreaturen aus Eldraine. Und das finde ich sehr witzig. Das hab ich mir gekauft, hat irgendwie sieben Euro gekostet. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel so einen Witchstalker, also diesen Wolf, diesen großen Wolf kann ich als Monster einsetzen. Oder die Goose Mother, das ist dann so eine Hydra. Die ist ganz witzig. Du weißt ja, diese Goose Mother hat irgendwie so ... Die Gänsehydra. Die Gänsehydra, genau. Die hat hier zum Beispiel die Fähigkeit Multiple Heads. Und whenever the Goose Mother takes 24 or more damage, dann verliert sie, also wenn sie 25 Schaden nimmt, dann verliert sie den Kopf. Und am Ende von ihrem Zug kriegt sie zwei neue Köpfe und kriegt auch zehn Hitpoints wieder dazu. Also ist ganz witzig gemacht, diese Mechanismen von den Magic-Karten hier in so Dungeons & Dragons Monster einzubauen. Und es gibt auch den Gingerbrood zum Beispiel. Der hat immer Vorteil auf Würfe, die sich danach richten, ob er gefangen werden kann oder festgehalten werden kann, weil er so hasty ist. Also ist ganz witzig gemacht und das finde ich schön. Und ich spiele ja gerade mit Freunden so eine Kampagne, die im Feenreich spielt. Und ich überlege tatsächlich eins von diesen Monstern da einzubauen. Also guckt euch, guckt euch das mal an. Monsters Companion Creatures of Eldraine. Du bist da der GM, sagt man, oder? Das bin ich, genau. Weil ich hab da sehr viel Spaß dran, Rollenspielbücher zu lesen einfach auch nur und mir dann zu überlegen, wie man das geschickt machen kann. Und es hat sich kein anderer bereit erklärt, dass unsere Gruppe irgendwie sich in das Dungeons & Dragons Regelwerk so einzulesen. Und ich lese das gerne abends so zum Runterkommen und mache mir dann so Gedanken. Und das ist schön. Ich finde, ich lese gerne Rollenspielbücher. Ja, schön. Sehr schön. Ja, es gibt auch echt viele Leute in meiner Umgebung, die D&D spielen. Muss man einfach, also stelle ich immer wieder fest, ist voll cool. Und ich erinnere mich mit Freuden immer wieder zurück zu unserer kleinen Tasty MTG Live D&D Episode. Ja, ein Evergreen. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört mal rein. Das ist eine Folge, die uns sehr am Herzen liegt. Zu den Adventures in the Forgotten Realms. Ja. Ha, jetzt, ich hab's mir noch zusammenbekommen. Ich hab noch ein zweites Crossing des Dreams. Ich hab mir jetzt für Weihnachten ein neues Dungeons & Dragons Produkt bestellt, also für mich so als Weihnachtsgeschenk, so für die Vorweihnachtszeit. Das Deck of Many Things. Das ist erstmal ein Buch. Da geht's eben um dieses Deck of Many Things. Das ist so ein Kartenspiel, das starke Effekte hat, die ganze Kampagnen sprengen können. Und das hat Wizards zum Ansatz genommen, jetzt ein Buch darüber zu machen, wo sie dann so ein paar Tipps für Spieler und Dungeon Master geben, angelehnt an diese Karten. Und sie haben auch dieses Kartendeck physisch hergestellt. Und jetzt sollte man ja meinen, Wizards hat ja so ein Business, wo sie Karten herstellen und dass sie da einige Erfahrungen mitbringen. Diese Karten sind so tarotkartenmäßig groß und haben Goldschnitt. Oh nice. Und haben auch so Goldfolierung. Und wenn ich jetzt das alles gesagt habe, dann weißt du sicher schon, dass es wahrscheinlich ohne Probleme zu produzieren ist und es da zu keinen Ausfällen kommt. Aber genau das ist passiert. Das sollte jetzt am 9. November, beziehungsweise am 14. erscheinen. Wurde aber delayed, weil in den ersten Vorabreviews aufgefallen ist, dass diese Karten mit dem Goldschnitt drei unterschiedliche Größen hatten. Also sie sind unterschiedlich hoch. Die kann man nicht so, wenn man die auf den Tisch stellt und so zusammenklopft, sind die unterschiedlich hoch und wellen sich. Und wellen sich auch. Und das holt jetzt Magic-Spieler nicht mehr so hinter dem Ofen vor. Aber in Dungeons & Dragons Welt ist es unerhört, dass sich Karten wellen und deswegen wird das Ganze jetzt neu produziert. Also fand ich witzig zu hören, dass das mit den Karten bei Wizards immer eine große Herausforderung ist, wenn sie was Neues probieren. Ja, als Überleitung auch gut zu Xerlan, wo sich ja wohl auch einige der Produkte verzögern in ihrer Lieferung und noch nicht alles jetzt in der Woche nach dem Pre-Release, zwischen Pre-Release und Release da sein wird. Tja, wir werden sehen. Die Aufnahme findet übrigens statt vor dem Pre-Release. Aber das kann ich auch gleich nochmal erwähnen, wenn wir in der Hauptspeise sind. Genau, wir sind sehr erfolgreich. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Welt von D&D. Ja, was Wissler schon noch macht. Freue ich mich immer mal wieder, was davon zu hören, weil das gibt ja mehrere Überschneidungen von KünstlerInnen und offenbar auch von den Game-DesignerInnen. Ja, also wenn du dich noch erinnerst, James Wyatt, der mal diese Coffee-Book-Bücher gemacht hat, Art of Magic. Die gab's ja dann irgendwann nicht mehr und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er dann wieder in die D&D-Sparte rübergewechselt ist und da jetzt unter anderem ein tolles Riesenbuch verantwortet hat, also ein Buch über Riesen. Und es ist natürlich schade für Magic, dass diese Bücher nicht mehr existieren, aber schön, dass halt diese kreativen Leute, also bei Magic eine Heimstadt finden. Neben all diesen politischen und monetären Aspekten, finde ich, arbeiten da sehr, sehr kreative Menschen an beiden Properties. Auf jeden Fall. Okay, lass uns loslegen mit der Hauptspeise und unserer Reise nach Ixalan. Und da gibt's, es ist kein Gericht, was in Südamerika gibt, es gibt Fischstäbchen. Das muss mir erklären. Na, wegen Captain Igloo. Und das ist ja auch ein Piraten-Set. Secret Layer Captain Igloo. Ach komm, hör mir auf. Nee, komm. Komm, hör auf. Captain Igloo ist doch kein Pirat. Doch, aber früher schon. Ist doch kein Pirat. Der hat sich, der hat sich, der hat sich kaufen lassen. Ach doch, stimmt. Haben sie nicht immer, die haben doch immer was von Kapern gesprochen. Die haben immer durch den Canro geguckt. Genau, und dann haben sie diese, diese, dieses Silbertablett mit dem Goldschatz gebracht, ne? Ja, stimmt. Das war doch die Werbung. Das ist großartig. Captain Igloo. Okay. Hey. Über die Story haben wir schon gesprochen. Ja. Womit steigen wir denn heute ein? Hier steht jetzt tatsächlich, äh, antiklimaktisch so ein Statistik-Quiz von uns beiden jeweils. Na los, wollen wir das? Dann kriegen wir vielleicht, kriegen wir doch, ja klar. Dann fang du doch mal mit deinem an. Ein bisschen hin und her quizzen. Ein bisschen rein. Also, ähm, genau, kleine Statistik-Quiz. Ähm, ich bin ein paar Kartentypen durchgegangen. Oh, ich auch. Oh, der Fakt der Verzauberung und so weiter. Bin ich gespannt. Und hab jetzt, ähm, hab jetzt so fünf Minifragen für dich. Okay. Und zwar, hinsichtlich der Kreaturen in diesem Set. Wo glaubst du, waren mehr drin? In die vergessenen Höhlen, verlorenen Höhlen von Ixalan oder in Ikoria? Kreaturen. Kreaturen. Überhaupt Kreaturen. Mhm, überhaupt Kreaturen. Jegliche Kreaturen. Ähm, es ist spannend, dass du Ikoria als Vergleichs... Ja, als so klassisches Kreaturen-Set. Das würde ich so als das Kreaturen-Set identifizieren. Na, dann sag ich doch Ikoria. Mhm. Ist in dem Fall falsch. Ikoria gab's 139 Kreaturen. In Ixalan 159. Wirklich? Ja, das hat mich auch ziemlich überrascht. So, dann geht's weiter. Uns ist ja auch schon ein bisschen aufgefallen in der Vorbehaltung, dass es sehr viele Artefakte gibt. Ja. Wo glaubst du, gibt's mehr Artefakte? Im Brothers War, dem letzten großen Artefaktset, oder in den verlorenen Höhlen von Ixalan? Ich würde sagen, im Brothers War. Einfach, weil das... Weil's da mehr Artefakt-Kreaturen gab? Das ist eine Frage, die könnte ich jetzt gar nicht so... Könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob damit richtig ist. Also, erstmal liegst du richtig. Im Brothers War gab's mehr Artefakte, aber nur fünf Artefakte mehr. Im Brothers War gab's 76 Artefakte. Und in diesem Set gibt es 71 Artefakte. Also, nur ein bisschen weniger. Das Ding ist ein Artefaktset, ja? Und das kommt erstmal vielleicht, also Magic Matze-Kite in unserer Playgroup hat's herausgestellt, das wirbt gar nicht so damit. Und dem musste ich irgendwie zustimmen. Ja, meine Erwiderung darauf war, dass das ist schon tatsächlich präsent, aber es hat vielleicht... Es ist auch noch so viel anderes präsent in diesem Set, wo wir gleich dazukommen. Es gibt viele farbige Artefakte in diesem Set. Sehr viele. Das heißt, die Artefakte hier sind nicht farblos, wie vielleicht auch bei Brothers War, sondern die sind sehr... Sehr viele von denen sind eingefärbt. Verzauberungen. Wo gibt's mehr? Hier in diesem Set? oder wir gucken auf eins der letzten Enchantments-Sets. Wilds of Eldraine. Da würde... Ich würde sagen, hier, weil in Wilds of Eldraine wahrscheinlich mehr Enchantments einfach gemacht werden als Token. Es sei denn, man nimmt jetzt diese Enchanted Tales mit dazu. Nee, die hab ich übrigens nicht mit dazu. Okay, dann würde ich... Dann sag ich trotzdem Eldraine. Ja, Eldraine ist richtig. 26 Verzauberungen und hier 18 Verzauberungen. Nicht so viel. So, und jetzt, ähm, Incents und Sorceries zusammengenommen. Ähm, was glaubst du, waren's in diesem Set mehr oder im originalen X-Alan? Im originalen X-Alan, weil hier, wie wir gerade schon festgestellt haben, sehr viele Kreaturen drin sind. Mhm, ja, richtig. Das ist eine gute Chance. Im originalen X-Alan 65 Incents und Sorceries und hier nur 47, also fast 20 weniger. Und jetzt die letzte Frage, keine Vergleichsfrage, sondern wie viele Planeswalker gibt's in diesem Set? Ähm, zwei. Nee, Moment, 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 ähm, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt einen, es gibt einen, Quintorius Kant. Richtig. Einen Planeswalker. Ja. Ich hab's jetzt in den letzten Sätzen gar nicht nachgeschaut, aber es gibt nur einen einzigen Planeswalker. Ähm, ja, das hat man natürlich mit der Story jetzt auch so dahingebogen, mit den Omenpfaden, die die Welten miteinander verbinden und es normalen Kreaturen erlaubt, zwischen Welten und Planes hin und her zu wandeln. Das heißt, man muss kein Planeswalker mehr sein, um an der Story beteiligt zu werden. Und viele der Planeswalker sind jetzt einfach auch legendäre Kreaturen, wie wir ja erfahren haben, sind Huatli und Sahili, stinknormale, wenn gleich, aber auch legendäre Kreaturen und keine Planeswalkerinnen mehr. Genau, und Kellen ist auch drin, der dachte ich erst noch, der wäre Planeswalker, aber der walkt einfach die Planes ohne Planeswalker zu sein. Genau. Ja, das war's. So ein kleiner Überblick. Sehr schön. Ein bisschen mit so Zahlen genähert diesmal. Ich hab auch noch was. Mhm. Und zwar hast du in deinem Eingangsstatement ja schon gesagt, dass es mehrere Fraktionen auf XLN gibt und eine haben wir vergessen, ja, die Mehrfolk und so rein, erst mal so vielleicht so als Eindruck, wenn du an XLN denkst, was fällt dir da an Kreaturentypen ein, in der Prominenz vielleicht auch, wo du denkst, in der absteigenden Reihenfolge würdest du sagen, das macht dieses Set aus. Hm, also wir haben drei große, vier große, nicht Fraktionen, nicht Fraktionen, aber vier große Kreaturentypen, Gruppen. Das eine sind, oder fünf vielleicht ist Thema, also wir haben die Dinos, wir haben die Vampire, wir haben die Piraten, wir haben die Mehrfolk oder das Mehrfolk, wie auch immer, und wir haben tatsächlich noch diese Euteken, ne, die Menschen halt, die sind einfach ganz normale Menschen. Jetzt weiß ich nicht, ob Piraten auch Menschen sind oder ob die es nicht sind. Piraten sind auch Menschen. Auch mal, ne? Ähm, genau. Also die, klar, also in der Story sind es natürlich sehr viel Menschen, nicht ausschließlich, sondern es gibt natürlich auch, ne, Sirenen beispielsweise, wie Malcolm, der ein Pirat ist, aber es steht nicht hinter jedem Pirat, der ein Mensch ist, auch gleich, dass er Mensch ist, oder? Da kannst du auch Pirat, Wizard oder sowas dahinter. Genau. Und ich hab jetzt erstmal die vier Gruppen genommen, die im Original X-Alan so auf, ähm, so genannt wurden, das sind die Fraktionen, weil das war ja mehr so ein Fraktionsset und da waren es Dinosaurier, Vampire, Piraten und Mehrfolk. Menschen kamen da nicht vor. Sortieren? Da würde ich dich bitten, genau, dass du mal sagst, wie viele, nach Häufigkeit, oder dass du mir einfach mal sagst, wie zum Beispiel, wie viele Piraten glaubst du, gibt es in diesem Set? Also, uff, also Fina, absolute Zahlen, ich, jetzt muss ich nochmal kurz meine Statistiken aufmachen, um zu gucken, wie viele, wie viele es insgesamt sind. 159. Genau, 159. So, ich glaube, es gibt am meisten Dinos. Einfach nur, weil mir das jetzt so extrem oft aufgefallen ist, meine, meine Annahme, wie viele das sind. 30? Das ist so eine hohe Zahl. 20? Ich sag mal 25, zwischen 25, sag ich mal. Dann kommen, glaube ich, die, die Vampire mit so 20. Ich geh jetzt einfach mal in Fünfer Schritten runter. Dann kommen so die Piraten mit so zwischen 15 und 20 und dann kommt das Mehrvolk zwischen 15 und 10. Also, genaue Zahl, bitte. 12. Und Piraten? 16. Nicht so schlecht, bis auf die Vampire hast du fast alles ganz gut getroffen. Wir haben 27 Dinosaurier. Wow, da lag ich wirklich gut. Wir haben 15 Piraten statt 16. Wir haben 13 Vampire statt 20. Ah, okay, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Und wir haben 11 Mehrvolk statt 12. Ah, okay. Wow, also gar nicht so viele eigentlich. Da bin ich von mir überrascht. Aber man sieht schon, dass halt diese Sachen, Dinosaurier und Piraten, würde ich auch sagen, wenn man an X-Alan denkt, denkt man als erstes Dinosaurier und Piraten und nicht Vampire und Mehrvolk. Verrückte Kombo. Aber irgendwie ist es jetzt so. Und tatsächlich die Menschen, also das Sun Empire hat man so bei den Dinosauriern mit reingeschmuggelt und bei den Piraten so ein bisschen, also die Humans tauchen da immer so ein bisschen auf, aber so plakativ waren es Dinosaurier und Piraten und Vampire und Mehrvolk. Genau. Und genau, die kämpfen jetzt unter der Erde um die Vorherrschaft der inneren Sonne, die ganze Story, wie gesagt, haben wir erzählt und können jetzt eigentlich direkt schon zu den Mechanismen kommen, die dieses Set ausmachen. Ja, los, los geht's. Wir haben ganz schön viele Mechanismen diesmal in diesem Set, glaube ich. Jein, sind ja auch so ein paar wiederkehrende Sachen, ne? Aber es sind mehr als zweieinhalb, die mal programmiert wurden. Ja, es sind mehr als zweieinhalb. Es sind mehr als zweieinhalb. Such dir mal eine Ausmeldung, die du anfangen möchtest. Ich würde gerne anfangen mit Anfertigung. Craft. Ja. Craft ist ein Mechanismus, der ist neu, Anfertigung im Deutschen und den gibt's vor allem in Weiß und in Blau. Vor allem sag ich, dass es auch in anderen Farben vorkommen kann, aber vor allem in diesen Farben ist der vertreten. Auch ein bisschen in Rot, hab ich gesehen, vor allem in Weiß und Blau. Deswegen, ich hab mal hier eine Beispielkarte, das ist auch gleich noch eine doppelseitige Karte, die sind auch drin. Und das hat auf der Vorderseite, ist es der versunkene Schiffsrumpf für ein blaues Manner, ein Ankommen-Artefakt. Und für Tappen kann ich eine Karte millen, das heißt, die einfach von der Bibliothek im Friedhof legen. Und dann hat sie noch Anfertigung mit einer Insel. Und das gibt noch Kosten dazu, drei und ein Blaues. Das heißt jetzt, dass man bei Anfertigung mit einer Insel für drei und ein Blaues die Kosten bezahlt, drei und ein Blaues, dann das Artefakt ins Exil schickt, mit ihm die Insel dazu. Das kann übrigens mit allem möglichen zusammengecraftet werden, hier in dem Fall. Also, es gibt auch Anfertigungen mit anderen Formen von Karten, in dem Fall ist es eine Insel. Man legt also dieses Artefakt und eine Insel ins Exil. Und die Insel kannst du entweder im Spiel haben oder im Friedhof. Richtig, ja, das ist ein Detail, was ich immer wieder vergesse. Das werde ich, glaube ich, wenn ich ein Pre-Release spiele. Nicht auf dem Schirm haben, warum auch immer. Irgendwie kommt es mir nicht so natürlich vor. Und dann bringe ich diese Karte, also den versunkten Schiffsrumpf, transformiert unter meiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und das Ganze darf ich in Sorcery Speed machen. Und auf der Rückseite, der Vollständigkeit halber, ist es eine 4-4-Artefakt-Fahrzeug-Kreatur. Die ist wachsam, hat Bemann 1 und einen weiteren Mechanismus, aus dem wir noch zu sprechen kommen. Abstieg 8. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Was hältst du von Anfertigung? Also man denkt natürlich erstmal so ein bisschen an Minecraft, weil das steckt ja da auch schon drin. Und in Minecraft braucht man ja auch so verschiedene Sachen, um daraus dann neue Sachen zu bauen. Und das hat, glaube ich, dieser Mechanismus versucht, hier zu tun. Also du hast quasi dieses Ausgangsmaterial. Das ist die Karte, auf der Craft steht. Und dann brauchst du noch so ein bisschen anderes Pröl dazu. In dem Fall hier eine Landkarte mit einer Insel. Und dann kannst du daraus was Neues basteln. Ist ganz witzig. Finde ich, ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu beschreiben in dieser Magic-Regelsprache, die da verwendet wird. Und es klingt unbeholfener, als es sich wahrscheinlich spielen wird. Und das, glaube ich, in dem Fall auch sehr, sehr stark, dass es, also vom Flavor her passiert ja Folgendes. Ich ziehe los, ich habe hier den versunkenen Schiffsrumpf in meiner Bibliothek gefunden, habe den auf der Hand und weiß jetzt, okay, mit dem kann ich jetzt ein bisschen, den kann ich jetzt ein bisschen toolmäßig einsetzen, um so Sachen zu melden. Und dann will ich aber aus dem diese Gondel bauen, diese wasserdichte Gondel und brauche halt irgendwie diese Insel, um von der Material zu holen, ne. Und weiß, okay, ja, ich muss diese Insel irgendwo haben, die kann ich mir in den Friedhof hineinmillen oder die kann ich halt irgendwie im Spiel haben. Und dann ist es irgendwie ganz cool zu sagen, ah, jetzt nehme ich den Schiffsrumpf und kombiniere den mit der Insel und dann kommt die wasserdichte Gondel raus. Und das, glaube ich, ist erzählerisch, funktioniert das total gut und ich hoffe, es wird auch helfen, sich damit den Mechanismus zu merken. Denn wenn man sich den gemerkt hat, glaube ich, kann es eine ziemlich coole erzählerische Sache im Spiel sein, die man so schön nicht mechanisch erklärt, sondern die man beim Spiel in so eine kleine Geschichte einbettet. Das finde ich auch, das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Es ist auf jeden Fall deutlich einfacher als das, was sie sich ursprünglich überlegt haben. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Mark Rosewater gehört hast, wo er erzählt, was er sich ursprünglich gedacht hat, wie dieses Craft funktioniert. Wie denn? Also er ist ausgegangen von den ursprünglichen Moxen, also dem Mox Emerald, Mox Jet, Mox Pearl, Mox Ruby, Mox Sapphire. Also einen Diamant für jede Farbe. Und während man dann so x-halang erforscht, kann man Diamanten schürfen. Und Diamanten sind Counter, die der Spieler bekommt. Ähnlich wie Energy zum Beispiel. Experience Counter. Ja, genau. Und du kannst quasi einen Emerald-Counter kriegen, einen Ruby-Counter. Also für jede der fünf Magic-Farben kannst du Counter bekommen. Und dann kannst du diese Counter einsetzen, um dann halt was zu craften. Und da haben sie ihm dann aber im Set-Design gesagt, das ist so ein bisschen kompliziert, wenn du fünf Counters-Arten auf den Spieler tracken musst. Das machen wir nicht. Und dann ist quasi diese Abwandlung rausgekommen, die sich, glaube ich, tatsächlich besser spielt. Das ist eine sehr starke Abwandlung. Und jetzt überlege ich gerade, das fühlt sich ja dann, wenn man Edelsteine für was anderes ausgibt, eher wie ein Kaufen an, als wie ein Craften oder wie ein Anfertigen. Ja, also sein Beispiel war dann irgendwas mit einer Diamant-Hacke, die man dann, also du hast eine normale Spitzhacke und dann machst du die aber mit einem Diamant, machst du die stärker. Ach so, also wirklich wie Minecraft. Wirklich so klar. Im Sinne von Minecraft. Ja, genau. Ich hab eher so Rohstoffe und mach mir daraus was. Nee, du hast quasi das ursprüngliche Artefakt und dann machst du da in den Griff und an die Spitze machst du dann irgendwie so Rubies und Emeralds. Es wird so veredelt, so veredelt quasi. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Ja, okay, gut, das könnte ich erzählerisch wiederum gut verstehen. Aber du hast recht. Ich find's jetzt schon immer nervig, wenn ich pauper und dann spiel ich Tron und dann macht man eine Million Mana und ein paar Sachen sind davon dann in farbiges Mana gefiltert. Und dann holt mein Gegner, der Tron spielt, schon so ein Token raus, wo so fünf Farben drauf sind, mit so diversen Würfeln dabei, wo dann so Sachen getrackt werden, wo ich dann denk, das ist schön. Und es ist schön, dass es in Pauper passiert, dass es so übersichtlich ist, aber bei einem Pre-Release, in der Flut von neuen Karten, wird es mich, glaube ich, ziemlich überfordern. Ja. Und vor allem den Anfänger, die Anfängerin wird es natürlich überfordern. Es sind, glaube ich, tatsächlich, hat er erzählt, in diesem Set wenig Mechanismen aus Vision Design in Set Design gewandelt. Das war ein bisschen interessant. Ja, also so gut wie gar nichts diesmal. Ja. Man muss sich mal ein bisschen mehr konzentrieren, Marc. Ja, er hat gesagt, es gibt halt so drei Varianten. Einmal, es wird unbesehen übernommen, es wird leicht getweakt und es wird fast gar nicht übernommen und diesmal war es eben so auf dem letzten. Genau. Ja, fair enough. Die haben ja auch fähige Leute an allen Positionen. Eben, also. Und vielleicht haben die dieses Mal einfach auch eine ebenso starke Vision gehabt für dieses Set. Ich mag Craft. Ich finde, es bettet sich gut in dieses Set ein. Ich weiß, ich vermute, dass es sich, wenn ich einmal kapiert habe, wie es sich spielt, dass es sich dann fluffig spielen wird und erzählerische Welten aufmacht. Hätte es aber fast schon gefühlt noch eher in einem klassischen so Brothers War, wir basteln uns eine Maschine Set erwartet. Ja, das ist richtig. Und vielleicht spielerisch nochmal so ein Punkt. Ich finde es auch schwierig für den Gegner, das im Blick zu behalten, was du craften könntest. Oh ja, das stimmt. Wenn du so zwei oder drei verschiedene Sachen da liegen hast und A, im Blick zu behalten, was kann mein Gegner jetzt craften oder meine Gegnerin und in was kann das dann gecraftet werden, weil du musst ja theoretisch auch die Rückseite noch mit im Klick machen. Transparenz-Sleeven. Lohnt sich für einen Pre-Release, diese Placeholder-Karten zu benutzen und dann quasi die richtige Karte draußen zu haben, ungesleeved oder in einem doppelseitig transparenten Sleeve, sodass man, wenn man diese Platzhalterkarte spielt, die doppelseitig durch transparent gesleevede Karte dann ins Spiel bringen kann. Wir kommen ja am Schluss noch zu unseren Predictions, wo wir falsch und richtig lagen. Und ich sag dir, Karten auf dem Kopf spielen hätte hier geholfen. Okay. Okay. Der Vollständigkeit halber, es gibt 20 Karten, die Craft haben. Und das sind auch alles Artefakte. Also du craftest immer was aus einem Artefakt. Deswegen hat Alex recht und du auch, wo du es vorhin gesagt hast, es ist ein sehr starkes Artefakt-Thema, weil halt Artefakte die Grundlage für einen der prominentesten Mechanismen in diesem Set sind. Ich mag die wasserdichte Gondel, auch wenn ich keine Ahnung habe, woran sie befestigt ist. Denn offenbar ist sie an etwas befestigt und geht unter Wasser, durch das Wasser, gondoliert sie hindurch. Na, an der Inseln, wenn du sie angestattet hast. Quatsch. Die Inseln schweben doch nicht über Wasser. Da muss ein Schiff irgendwie oben sein. Doch, wenn ich Insel male, schweben die immer über Wasser. Das ist wie so ein kleines U-Boot hier. Das ist ein kleines U-Boot, ja. Ich finde das tierisch nice. Es stellt mich aber vor diverse Fragen. Komm, mach mal weiter. Wir haben jetzt hier schon Abstieg erwähnt. Ich will dich jetzt nicht in irgendeine Richtung bringen, aber mach mal Abstieg. Genau, also Abstieg. Es gibt Abgestiegen und es gibt Abstieg. Wir fangen mal an mit Abgestiegen, Descended im Englischen. Davon gibt es zwölf Karten. Und ich mach mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Heiligsprechung durch Blut ist eine Karte, die Abgestiegen hat oder Abgestiegen benutzt. Ist. Abgestiegen ist und die kostet eins und ein schwarzes. Ist eine Verzauberung. Der BSC hat auch abgestiegen. Hat auch, ja. Ganz viele. Ich glaube, Union ist auch kurz davor. Nein, nein. Das schaffen die schon. Das schaffen die noch. Genau, und das ist eine schöne Verzauberung. Ich mag ja so Verzauberungen. Zu Beginn deines Endsegments und falls du diesem Zug abgestiegen bist und abgestiegen heißt, du bist abgestiegen, falls eine Permanentkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde. Also aus dem Spiel oder von der Hand. Und wenn du dann abgestiegen bist in diesem Zug, legst du eine plus eins plus eins Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und ich kann fünf und zwei schwarze bezahlen und die Heiligsprechung durch Blut opfern. Und dann erzeuge ich einen vier, drei weißen und schwarzen Vampir-Dämonen-Kreaturen-Spielsteig mit Flugfähigkeit. Einfach so steht das noch mit auf dieser Karte drauf. Hm. Ja, das ist okay. Also worum es eigentlich geht, ist dieses, du bist abgestiegen, wenn eine Permanentkarte, also eine bleibende Karte, Permanentkarte, seit wann machen die das denn eigentlich in der Übersetzung? Ich glaube, seit sie ein Wort sparen mussten, ist meine Vermutung. Permanentkarte. Also eine nicht bleibende Karte hieß es ja bisher immer. Ja. Oder eine bleibende Karte. Ja. Bleibende Karte, Permanentkarte. Entschuldige, jetzt muss ich nochmal, also abgestiegen heißt, du bist abgestiegen, falls eine Permanentkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ja ein wichtiges Permanent für Sie. Oh, entschuldige, ich würde es gerne nehmen, ich muss nur kurz von meinem Dinosaurier absteigen. Die Permanentrolle ist verbrannt. Okay. Ja, aber wir haben ja nicht nur abgestiegen, sondern wir haben auch noch den Abstieg. Genau, also ganz kurz zum Abschluss, genau, also das kümmert sich darum, ob eine Permanentkarte in diesem Zug in den Friedhof gelegt wurde. Und da gibt es zwölf Karten, die sich darum kümmern. So, jetzt haben wir, wie du es schon gesagt hast, aber noch was anderes. Ja, mach das mal noch mit dazu. Okay, es gibt auch noch das Fähigkeitswort Abstieg. Und das gibt es in diesem Set, ist nicht gesagt, dass es in anderen Sets nicht anders ist, aber in diesem Set gibt es Abstieg 4, Abstieg 8 und den bodenlosen Abstieg. So, und, ähm, was heißt denn das jetzt? Was heißt denn das? Das badende Wasserschwein erklärt uns das ganz schön. Für 1 und ein grünes kommt ein Wasserschwein ins Spiel, 1, 3. Und das Wasserschwein hat Abstieg 4. Und das badende Wasserschwein erhält plus 3, plus 0, solange dein Friedhof vier oder mehr Permanentkarten enthält. Also, in dem Fall, wenn vier Permanentkarten in deinem Friedhof liegen, nicht, dass sie da reingelegt werden, sondern die liegen da einfach drin. Und immer wenn das erfüllt ist, hat das badende Wasserschwein plus 3, plus 0. Und bei Abstieg 8 wäre es eben bei 8 Permanentkarten in deinem Friedhof. Und beim bodenlosen Abstieg, da skaliert der Effekt mit der Anzahl der Permanentkarten im Friedhof. Also, der wird umso stärker, je mehr Karten da drin liegen. Also, so verwirrend das jetzt klang, finde ich das ziemlich cool, diesen Mechanismus und nachvollziehbar. Ich meine jetzt nicht flavormäßig, sondern rein mechanisch finde ich den, es ist ein vereinfachtes Delirium, was leichter zu tracken ist, indem ich einfach, wenn ich meine Karten in den Friedhof lege, nicht vier oder fünf Stapel machen muss, um zu tracken, ob ich Delirium habe, wo ich vier unterschiedliche Kartentypen im Friedhof liegen haben muss, sondern hier muss ich lediglich in permanente und nicht permanente Karten quasi unterscheiden und kann es dann relativ leicht tracken beim Spielen. Das finde ich erstmal gut und absurderweise finde ich auch dieses Abstieg 4, Abstieg 8, bodenlosen Abstieg oder bist abgestiegen, finde ich das zwar, also ich finde es erstmal ziemlich interessant, dass sie so ein Wort benutzen, auf dreimal unterschiedliche Art und Weise, aber immer wieder dasselbe meinen, denn es geht um Permanentkarten im Friedhof. Genau, wenn du dich erinnerst, in Ixalan gab es ja den Aufstieg, da wurde einfach gezählt, wenn du zehn oder mehr Permanentkarten im Spiel hast, dann hast du den City's Blessing bekommen. Segen der Stadt. Den Segen der Stadt. Und jetzt steigen wir eben ab und da wird nach Abstieg geguckt, aber nicht nach zehn, sondern nach unterschiedlichen Anzahlen von Permanentkarten im Friedhof. Auch das finde ich eine nette Verquickung, aber jetzt die Frage an dich, findest du das passt gut in dieses Set und dir vermittelt sich dieser Abstieg, nachdem es hier bezeichnet ist, Descent im Original? Flavormäßig nicht so richtig, weil ich gehe davon aus, dass die Personen oder Wesen, die absteigen, noch am Leben sind und nicht alle sterben. Also der Weg nach unten ist ja die Geschichte, ist mit Leichen gepflastert. Und das mag so sein, aber es ist, also es ist pfiffig, es ist ein pfiffiger Mechanismus, aber er hat jetzt nicht mit Höhlenerkundung sehr viel zu tun, glaube ich. Das finde ich nämlich auch, weil es zählt die Karten im Friedhof. Und das ist ja einfach, der Friedhof, einfach auch aufgrund seines Namens der Friedhof, ist das schon inhaltlich so markiert, dass es schwierig ist, das so zu lesen wie, ah das ist unsere Höhle und je höher dort der Füllstand ist, desto tiefer ist die Höhle, in die wir hinabgestiegen sind. Und das ist ein ganz schöner Knoten im Kopf, den ich da habe, um das zusammenzubekommen. Es ist auch spielerisch spannend, dass bei Craft die Sachen ins Exil geschickt werden und nicht in den Friedhof, wo sie dann für Abstieg zählen könnten. Also es ist, glaube ich, auch so ein kleiner Kampf um diese Mechanismen, um die Permanente. Dieser Mechanismus ist übrigens vor allem in den Farben Grün, Blau und Schwarz. Genau, und wir werden es da und bei den Draft-Archetypen noch sehen, die Gewichtung in den einzelnen Farben ist dann immer so ein bisschen stärker. Gucken die jetzt darauf, bist du abgestiegen, hast du Karten gerade reingelegt, sind die da schon immer drin gewesen. Das ist nochmal ganz interessant. So, wenn jetzt... Na gut, jetzt haben wir uns ein Tool gemacht, sind damit hinabgestiegen in die Höhle. Und jetzt würde ich sagen, erkunden wir die Höhle mal ein bisschen. Genau, aber wir entdecken sie noch nicht, wir erkunden sie erstmal nur. Also nicht verwirren lassen, es sind sehr viele ähnlich klingende Wörter in diesem Set. Nee, bevor wir etwas entdecken können, müssen wir es erstmal erkunden. So ist es, genau. Dann, was ist denn erkunden? Genau, 19 Karten erkunden. Und hier habe ich die schöne Karte entfossilisieren. Natürlich. Entfossilisieren. Das ist noch nicht unser Übersetzungswin. Das muss man manchmal machen mit so Wollsachen, die muss man manchmal so entfossilisieren, wenn da so... Das muss ich morgens machen, wenn ich in den Spiegel schaue, bevor ich irgendwie aus dem Haus gehen kann. Muss ich mich erstmal entfossilisieren. Okay. Genau. Also, das ist eine Hexerei und die kostet schwarz und vier beliebige für eine Ankommen-Karte. Und mit der kann ich eine beliebige, bringe eine Kreaturenkarte meiner Wahl aus meinem Friedhof ins Spiel zurück und jene Kreatur erkundet und erkundet dann erneut. Also erkundet zweimal. Aber was ist denn erkunden? Wir kennen es ja noch aus dem originalen X-Alan. Decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf und falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand und lege sonst eine Plus 1, Plus 1 Mark auf die Kreatur und lege dann die Karte zurück oder auf deinen Friedhof. Dieses oder auf deinen Friedhof, das verweckt, das vergesse ich jedes Mal. Das stimmt, ja. Also nicht nur angucken ist, checken, ob es die oberste Karte ist, sondern es hat noch sowas, ähm, 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 wie heißt gleich nochmal dieser Mechanismus in die Mir, wo man die Karte dann in den Friedhof legen kann. Surveil, überwachen. Surveil, genau, überwachen. Hat noch ein bisschen was wie überwachen. Die Karte kann also dann auch in den Friedhof gehen, wenn ich das möchte. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde es einen supercoolen Mechanismus. Ich finde es richtig cool, dass sie ihn wieder gemacht haben. Es macht flavormäßig Sinn. Ja. Spielt sich supercool. Dieses Land entdecken ist einfach toll. Es fühlt sich immer irgendwie belohnend an. Ja. Es fühlt sich auch belohnend an. Ein Land erkunden ist einfach, ist einfach super. Du, du, du machst die, du deckst die Karte auf, das ist ein Land, du nimmst es auf die Hand, du hast ein neues Land gefunden. Es ist super. Es ist einfach, es ist flavormäßig ganz weit vorn. Klassiker. Und zurecht auf 19 Karten gedruckt in diesem Set. Genau. Und, ähm, es gibt auch jetzt eine kleine Variante davon. Und zwar werden Spielsteine erzeugt, so Lageplan-Spielsteine, also Map-Tokens, glaube ich im Englischen. Ja. Und die lassen Kreaturen erkunden. Also es ist jetzt nicht immer direkt an eine Karte gebunden, die du spielst, sondern du kannst quasi auch später das Erkunden bei einer Kreatur auslösen, wenn du so einen Lageplan-Spielstein opferst. Ist ganz pfiffig, glaube ich. Da bin ich gespannt, wie sie es spielt mit diesen Lageplan-Spielsteinen. So kleine Artefakte, die erzeugt werden, sind ja eigentlich immer ganz cool und haben so eine Tendenz, auch broken zu sein. Ich bin gespannt. Und ich bin vor allem auch gespannt, weil es vielleicht was ist, was für Pauper nice wäre, aber ich habe zumindest noch keine Karte gesehen, die das macht, die in irgendeiner Form eine Relevanz haben könnte in der aktuellen Meta. Du kannst diese Lageplan-Spielsteine natürlich auch craften, ne? Die kannst du auch ins Exil schicken. Du kannst sie aber nicht in den Friedhof legen. Hm. Hm. Okay. So. Aber wir machen ja eh Puff im Friedhof. Gut. Ja. Dann haben wir jetzt erkundet. Genau, haben wir jetzt erkundet. Jetzt können wir noch was entdecken. Ähm, da gibt's 23 Karten, ähm, mit denen man entdecken kann. Und, ähm, wir haben hier zum Beispiel einen vergrabenen Schatz, den wir entdecken können. Der kostet zwei beliebige Mana. Und das ist ein Artefakt-Schatz. Den kann ich opfern und dann zöge ich einen Mana einer beliebigen Farbe, wie man es so kennt vom Schatz. Oder ich kann fünf bezahlen und den vergrabenen Schatz aus meinem Friedhof ins Exil schicken. Und dann löse ich Entdeckung fünf aus. Und das heißt, ähm, also kann ich wie eine Hexerei machen. Das heißt, ich schicke Karten von meiner Bibliothek ins Exil, bis ich eine Nicht-Land-Karte mit Mana-Betrag fünf oder weniger in dem Fall ins Exil geschickt habe. Gibt auch noch Entdeckung fünf, vier, drei, zwei, wahrscheinlich eins. Und dann kann ich diese Karte mit dem Mana-Betrag fünf oder weniger wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Oder ich nehme sie auf die Hand. Also ich muss ihr immer vorzeigen, dann kann ich sie wirken oder auf die Hand nehmen. Und den Rest lege ich in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Ist so ein Cascade zu Hause. Also Cascade neu. Ja. Also nicht zu Hause ist vielleicht ein bisschen schlecht. Es ist vielleicht ein besseres Cascade. Vielleicht ist es auch ein besseres Cascade. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist, ja. Ist es besser? Warum ist es besser? Ich glaube, du kannst die Karte dann auch auf die Hand nehmen, was nicht schlecht ist bei Instant and Sorceries, die du später casten willst. Dann weiß der Gegner zwar, dass du die hast, aber du musst sie nicht sofort casten. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie sie es spielt. Ich kann mir dazu noch keine so richtige, irgendwie habe ich noch kein richtiges Gefühl hierfür. Spielerisch. Ich habe vor allem jetzt, wo wir darüber sprechen, tatsächlich sehr stark das Gefühl, dass es einen sehr großen Kampf mit dir selber geben wird, wo du deine Karten einsetzen willst. Hauptsächlich deine Permanentkarten. Meinst du damit, dass sie nicht so gut verzahnt sind? Oder findest du es sogar spannend, dass es da so gut geht? Dass du auch diese Lageplan-Spielsteine machst und es klingt wirklich sehr stark nach Ressourcenmanagement, dieses Spiel, so Höhlenmanager. Ja. 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 So ein bisschen. Ja, okay, die Bibliothek wird auf jeden Fall abgetragen. Gut, die kommen ja wieder unter die Bibliothek drunter, ist eher so umgegraben in dem Fall. Ja. Aber es ist nicht ausgraben. Da gab es auch mal einen Mechanismus, ne? Mit so Sachen in eckigen Klammern. Ja, stimmt, das mit den eckigen Klammern. War das Ausgraben, ja? Das war ausgeklief. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Oder Abspalten oder so? Abspalten. Ja, ja. Abspalten. Ja, oder sowas. Naja, gut. Lass uns mal noch fertig machen. Okay, flavormäßig finde ich es cool. Das Graben in der Bibliothek. Und das fühlt sich wirklich mehr wie ein Graben an, als der Abstieg sich nach einem Abstieg anfühlt. Das ist richtig. Das würde ich auch weiter oben einsortieren. Mhm. Dann haben wir noch 16 transformierende doppelseitige Karten, die nicht gekraftet werden. Das können wir so stehen lassen mit der Erwähnung, dass diese Karten halt oder zahlreiche von denen wieder auf der Vorderseite eine, sind das alles Verzauberungen? Weiß ich, nee, weiß ich nicht. Können alles möglich sein, aber auf der Rückseite sind es Länder in diesem wunderschönen Frame, in dem glaube ich ursprünglich mal sozusagen ein Bonus-Sheet gemacht werden sollte. Mhm. So wie damals die Inventions und die Masterpieces quasi waren. Und wie hießen die gleich nochmal in, 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 an, ich stehe heute wirklich auf dem Schlauch. Ich darf meine Sätze hier überhaupt nicht anfangen, wenn ich gar nicht weiß, wie das ausgeht. Aber ich glaube, diesen Frame mit der Karte, den gab es auch schon im Original-X-Alan hinten drauf mit diesem Karten-Banner. Den gab es schon im Original-X-Alan und da sollte es damals noch so ein Masterpiece-Frame sein. Ah, okay. Weißt du? Den man dann aber benutzt hat, anderweitig im Set. Und jetzt ist er auch so ein bisschen abgewandelt. Wir haben ja auch diese kleine Höhlen-Eluhr, diese Höhlenwände am Rand unten der Textbox und oben der kleinen Textbox, wo der Titel steht. Und ich finde den sehr schön. Hat ein sehr, sehr klares Kartenbild. Der Text steht da zentriert drauf, oben und auch unten. Ich finde es sehr gut lesbar und es macht was her, meines Erachtens. Ich mag das sehr und man hat es hier auch, finde ich, ganz geschickt dem Flavor dieses Sets so ein bisschen angeglichen. Die ganzen Götter sind zum Beispiel transformierende Karten. Mhm. Also es sind nicht nur Kreaturen, äh, Verzauberungen, was du gerade sagst. Es sind nicht nur Verzauberungen. Im Original-X-Alan waren es, glaube ich, Verzauberungen, ne? Waren es, glaube ich, alles Verzauberungen. Jetzt bin ich aber, jetzt lehne ich mich mal nicht aus dem Fenster, jetzt halte ich mal meinen Mund. Mensch, ähm, was ist denn los heute? Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Karten, die wir hier erwähnen und auch die Mechanismen, die dahinterstehen. Also wir haben danach gefiltert und dann könntet ihr euch das angucken bei Scryfall. Ähm, der, der, der Suchbegriff hier ist, äh, Set, äh, Lost Caverns of X-Alan und dann, äh, Transform kommt vor und Craft kommt nicht vor. Das war mein Suchterminus für diese Anzahl von Karten. Und so bin ich auf die, äh, äh, 16 gekommen. So, dann haben wir noch eine kleine, äh, die endgültig letzte Mechanik, Mechanismus haben wir jetzt hier noch. Genau, wobei das wieder so ein, so ein Evergreen sein könnte, der unabhängig vom Set jetzt hier reingekommen ist. So wie wir jetzt schon die Stun-Counter zuletzt eingeführt hatten, die verhindern, dass eine Kreatur untappt für die Anzahl der Stun-Counter, die auf ihr liegen. Ähm, gibt's jetzt hier die Endgültigkeitsmarken. Finality-Counter. Die machen folgendes. Wir haben hier ein kleines Beispiel, eine Ankommenkarte und zwar die Seelen-Veper. Kostet zwei und ein schwarzes für einen Ofis. Und, äh, ist eine 2-3-Kreatur, die macht für ein schwarzes Mana. Kann man sie tappen und sie opfern und bringe, äh, kannst eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Das kannst du in Sorcery-Speed machen. Und wenn eine Kreatur eine Endgültigkeitsmarke auf ihr hat und sterben würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Das ist quasi das letzte Leben sozusagen. Mario auf 0-0. Ja. Ist, ist wahrscheinlich, macht's es einfacher? Macht's es einfacher. Es gibt nochmal, ist eine nette Facette auf jeden Fall. Ähm. Du kannst natürlich mit allem interagieren, was mit Countdown interagiert. Das macht ja erstmal nix. So, ne? Das macht ja erstmal gar nix. Sondern es macht erst irgendwann was. Und zwar, wenn die Kreatur sterben würde. Was es im Spiel macht, glaube ich, ist, gibt dem Ganzen nochmal so einen psychologischen Effekt. Es ist vor allem witzig, wenn du diesen Counter entfernen kannst, glaube ich. Ja. Ja. Auch dann ist die Kreatur erstmal weg. Die Frage ist halt immer, hat der Gegner und die Gegnerin überhaupt Zugriff auf den Friedhof? Dass es überhaupt einen Unterschied macht, ob die Kreatur im Friedhof ist oder im Exil. Oder es ist eh vollkommen egal. Die Kreatur ist dann sowieso weg. Ne, du selber kannst diesen Counter entfernen. Und dann kann die Kreatur sterben und kannst sie wieder wegbringen. Dann kannst du den Counter wieder entfernen und dann kannst du die Kreatur wieder bringen. Wenn du sie wieder bringen kannst. Wenn ich sie wieder bringen kann. Weil ansonsten landet sie doch einfach nur im Friedhof. Genau, aber ich kann sie ja dann ... Aber ich kann ja diesen Effekt dann immer wieder auslösen, weil dieser Counter nicht drauf liegt. Zum Beispiel. Bei der Seelenvipor jetzt. Ach, die bringt ja eine andere Kreatur zurück. Also man kann sich ja irgendwas mit Countdown machen, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube allerdings, wenn ich einen Fanality, eine Endgültigkeitsmarke auf einer Kreatur habe und aber mit meinem Friedhof überhaupt nicht interagiere, dann ist mir das ziemlich egal, diese Marke. Oder wenn ich das auf einen Gegner, auf eine Kreatur eines Gegners lege und der überhaupt nicht mit einem Friedhof interagiert, das heißt ihm egal ist, ob die Kreatur im Friedhof landet oder nicht, oder sie einen Death Trigger hat oder sowas, dann ist das, glaube ich, relativ egal. Aber sie kann so ein nettes Damoklesschwert sein. Deswegen ist sie auch nicht auf so vielen Karten, ist nur auf fünf Karten drauf. Kleiner Mechanismus. Hier wird mal ein bisschen rumprobiert, glaube ich. Und dann wird sich zeigen, ob wir das Ding noch so häufig sehen werden. So, das waren jetzt große, witzige Marken. Eins noch fällt mir gerade ein. Der Malcolm verteilt Chor-Marken. Chor? Chor. Chor. Chor-Marken. Chor. C-H-O-R. Finde ich schön. Wieder eine neue Marke. Kommen die dann auch so zeitlich versetzt rein? Ja, warte, ich kann ja, ich kann ihn ja mal kurz vorlesen. Und zwar ist das, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist der Malcolm aus dem Hauptset. Wir haben nämlich noch einen Malcolm im Commander-Set und der Chorus-Counters. Das sind ja eher Refrain-Marken im Englischen. Genau, Malcolm-Alluring-Scoundrel. Schön. Ja, ja. Das sind einfach Marken, die was markieren. Dann kann man eine Karte ziehen und abwerfen und dann, ja, genau. Wenn man genug drauf hat, kann es die Karte wirken. Okay, hey, ja, das waren unsere Mechanismen. Am Ende doch irgendwie eine ganze Menge. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier fluffiger, schneller durchkommen. Aber es ist doch einiges komplexer als dieser Wattetitel. Wir sprechen gleich noch darüber, wie höhlich sich das anfühlt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen anfingen lassen. Manche treffen es besser, manche weniger. Lass uns mal schnell noch die Draft-Archetypen benennen zumindest. Damit ihr es wisst und mal gehört habt. Hier habt ihr es zuerst gehört. Vermutlich nicht. Also, wir hatten ja schon gesagt, weiß-blau ist Artefakte und ganz viel mit Kraften. Was? Weiß-blau ist tief. Sorry, die letzten drei Sätze halten einfach nur nach in meinem Kopf. Ich brüche weiter. Ich dachte, das ist schön abwechselnd. Du kannst jetzt ... Ja, wir machen es abwechselnd. Ach so, mehr wolltest du gar nicht erwähnen. Nö. Ganz kurz nur. Okay, wir haben wieder so schöne Namen bekommen. Alltech Ingenuity. Egal. Blau-Schwarz. Abstieg. Control. So. Okay. Schwarz-Rot ist auch Abstieg, aber mit mehr Angriff. Hier, Beatdown steht hier. Rot-Grün kann man sich eigentlich denken. Dino-Trampe. Ja, große Dinos, die auf alles drauf trinken. Dinos, die auf alles drauf trinken. Das ist mein Deck. Das spiele ich. So was mag ich ja. Das kann man auch spielen, wenn man mal irgendwie Kantenbierchen zu viel getrunken hat. Grün-Weiß. Kleine Kreaturen. Und wenn sie dann angreifen, dann hauen sie nochmal extra rein. Das ist, glaube ich, so diese Katzen, die man da auch nochmal gesehen hat. Die Malamets. Malameten. Ja, die ganzen Katzen sind vor allem in Grün-Weiß. Ja. Genau. Dann haben wir Schwarz-Weiß. Opfern. Klassiker. Klassiker. Aber gut. Aber schön. Und Vampire. Wir haben es ja zuletzt auch ziemlich oft gesehen in Schwarz-Rot. Diesmal wieder in Schwarz-Weiß. Ja klar, die Vampire sind Schwarz-Weiß vor allem. Blau-Rot. Klassisches Piraten-Farben. Und die machen was mit Artefakten und greifen sonst viel an. Mhm. Und dann haben wir Schwarz-Grün. Auch hier ist wieder so ein Abstieg. Da wir ja unterschiedliche Abstiegssachen haben. Das wird hier umschrieben mit Grindy. Was auch immer das so genau heißt. Kommt wahrscheinlich immer wieder. Den Friedhof voll machen bei Schwarz-Grün. Und dann, ja, langes, also zu Grinding spielen sagt man einfach, dass sie lang gehen. Dass sie kontrollig sind. Und, ja, dass man dann Stück für Stück versucht, die Oberhand zu gewinnen. Und dem Gegner quasi durch Kartenvorteil und, ja, Kartenvorteil in jeglicher Form versucht zu übertrumpfen. Ist gerade ein sehr, sehr starkes Deck im Pauber unterwegs. Warum, hat jemand Pauber gesagt? Irgendwie habe ich heute viel Pauber im Kopf. Entschuldige. Dann haben wir noch Rot-Weiß. Tapping Midrange. Ich sehe gerade so Boros-Soldaten in so einem Stepptanz. Aber das ist es nicht. Das ist einfach tatsächlich so dieses klassische, die Soldaten der Thousand-Moon-Legion, der Thousand-Mond-Armee machen was mit Artefakten und dann greifen sie taktisch an und tappen diese Artefakte und strategisieren sich da so durch. Und wir haben noch ein Midrange-Deck und zwar ist das in grün-blau. Das Mehrvolk-Erkundungs-Deck quasi. Erkunden ist übrigens hauptsächlich in grün und ein bisschen in blau. Und die Mehrvolk sind in blau und auch in grün. Von daher gibt es da eine große Überschneidung. Ja, ich finde, und das ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Übergang zu unserem Fazit von diesem Set. Ja, fang mal an. Ich finde das erstmal ganz schön, was wir jetzt so gesprochen haben. Wie du es gesagt hast, mir ging es jetzt auch so beim Durchlesen dieser sieben Mechanismen, war es dann doch nicht so kompliziert, wie ich es am Anfang gedacht hatte. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie ixalanig und wie höhlich ist denn das? Ich würde gerne mal als Grundlage für diese kleine Diskussion, die wir jetzt noch machen, ein Zitat einspielen von Mark Rosewater aus seinem aktuellen Podcast, wo er drüber spricht, wie sie so an dieses Set rangegangen sind. Und er hat ja auch im Vorfeld gesagt, Lost Caverns of Ixalan ist das erste Backdrop-Set, von dem wir jetzt mehr sehen werden. Und wir konnten uns ja nicht so richtig vorstellen, was ist denn jetzt so ein Backdrop-Set, also so ein Hintergrund-Set. Und ich spiele dir mal kurz 30 Sekunden ein, wo er drüber spricht, was sie sich dabei so gedacht haben. Mhm, mach mal. Ich fand das ganz interessant. Ich weiß nicht, du hast hoffentlich gut verstanden, was er gesagt hat. Ja, laut und deutlich. Er hat gesagt, sie wollten, dass es sich so viel wie nötig nach Ixalan anfühlt. Sie wollten aber gleichzeitig auch was anderes machen, eben dieses Underground-Theme. Und sie haben ja auch, erzählt er, ein bisschen vorher in diesem Podcast angefangen, so eine Underground-World zu machen, bis sie dann irgendwie gesagt haben, Mensch, lass es uns doch auf Ixalan machen, weil das fühlt sich so Ixalan nicht an. Aber er sagt ja auch, es sollte nicht zu viel Ixalan sein, weil sie wollten ja dieses Höhlen-Thema machen. Also Ixalan ist mehr so der Backdrop, der Hintergrund, da spielt dieses Set. Aber Ixalan selbst, die Welt, ist jetzt nur so viel wie nötig drin. Kannst du das bestätigen? Fühlst du das? Ja, das fühle ich auf jeden Fall. Das trifft's genauer. Und das hätte ich, so hätte ich es, glaube ich, oder so ähnlich auch beschrieben, jetzt ohne den Einstieg von Mark Rosewater, dass wir, man hat das schon erkannt an der Story, ne? Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt nach der Story, hey, wir haben uns jetzt die Story zusammengefasst und haben noch quasi keinen Spoiler gesehen. Und jetzt gucken wir mal, wenn die ganzen Spoiler kommen, wie die sich in die Story einfügen. Und dann kamen die ganzen Spoiler und ich fragte mich die ganze Zeit, das hat nix mit unserer Story zu tun. Was ist hier los? Was erzählt ihr? Und am Ende waren es vielleicht sogar fast nur die Story-Spotlight-Karten, die sich eingefügt haben. Und der Rest beschreibt einfach Höhlenerkundung. In unterschiedlichster Form. Piraten, die in der Höhle sind und auf dem Berg Gold stehen. Und das hat nix mit der Story zu tun. Und da dachte ich erst, war ich ein bisschen enttäuscht. Und da dachte ich aber, ach, ist ja eigentlich ganz cool, dass wir hier in dieses Trope reingehen. Was auch immer das genau heißt, in diesen Backdrop, in diese Fassade im Grunde ein bisschen. Und die in unterschiedlichen Facetten sehen, fand's dann aber teilweise auch ein bisschen zusammenhangslos. Fandst du, es ist ein Set, das man nur auf X-Alan hätte machen können? Unter die Erde zu gehen, also in Höhlen-Backdrop-Set quasi? Ich frage deswegen, weil diese Adventure-World und Erkundungssachen ist ja für mich eigentlich eher Zendikar. Und hätte man jetzt gemerkt, wenn das Ganze auf Zendikar gespielt hätte und man hätte die Höhlen von Zendikar erforscht. Ja, das wäre genauso gegangen. Hat, glaube ich, zeitlich nicht so gut in den Kram gepasst, könnte ich mir vorstellen. Mit dem Rise of Zendikar. Rise of the Eldrasi. Nee, wie hieß es? Das ist das Set, was ich auch ständig ver... Rise of Zendikar, oder? Ja. Zendikar's Rising. Zendikar Rising. Zendikar Rising. Ja, Zendikar Descending. Zendikar Descending, ja, weil da sind wir noch in die Höhe gegangen, hat man auch schon festgestellt. Und jetzt geht's hier unter die Erde. Es ist... Und dann vielleicht gleich im Anschluss die nächste Frage. Was macht denn dann eigentlich so ein Plane mittlerweile noch aus? Also, was macht denn X-Alan dann noch aus? Also, ist es dann tatsächlich nur Piraten und Vampire? Und die ganze kulturelle Geschichte ist erstmal so ein bisschen beliebig? Nee, diese kulturelle Geschichte haben sie ziemlich, ziemlich aggressiv, sag ich mal, eingeflochten. Und das, finde ich, ist auch eine Stärke dieses Sets. Es gibt dem ein bisschen Farbe, weil es von den Dinos und Piraten, die wirklich sehr, sehr, sehr stark in den Vordergrund stehen, doch so ein bisschen ablenkt. Und tatsächlich das auch mehr auf die Story nochmal einzahlt, wo es ja wirklich um die Geschichte dieses Planes geht und mehr über die Geschichte des Planes und das Innere herausgefunden werden soll. Das fand ich tatsächlich ganz gut und hat dem auch Identität gegeben. Und das wiederum passt auch nirgendwo anders hin als nach X-Alan. Aber worauf möchtest du hinaus? Ich hab das Gefühl, du möchtest irgendwo hinaus. Eigentlich würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Und während wir das tun, hat sich bei mir vielleicht auch so der Gedanke verfestigt, dass diese Backdrop-Sets oder diese Identitäten von Planes vielleicht in Zukunft und vielleicht sehen wir jetzt hier den Anfang, weniger eine mechanische Identität sind, dass man halt wiederkehrende Mechanismen hat, die man mit dieser Welt verbindet und sagt, ah, okay, wir kommen zurück nach Kaladesh und da müssen wir unbedingt was mit Foptern und Erfindungen machen. Sondern dass es tatsächlich vielleicht eher so eine Lore- und Flavor-Geschichte ist, wenn man zurück auf eine Welt kommt und die Mechanismen erst mal nicht so erwartbar sind, die wir da wieder vorfinden. Und das ist vielleicht tatsächlich eher so, das ist so ein schöner Hintergrund, um das jetzt abwertend zu bezeichnen. Ja, ich glaube, dass es auch mehr oder weniger notwendig wird, je öfter wir auf bestimmte Welten wiederkehren, weil wirklich Sachen neu gemacht, neu inszeniert, neu dargestellt werden müssen und wir irgendwie neue, ja, buchstäblich neue Hintergründe brauchen für das, was wir da sehen. Also nochmal nach Ixalan zu kommen und die gleichen Geschichten nochmal zu hören, wäre ja auch langweilig gewesen. Und das gibt dem Ganzen jetzt auf jeden Fall eine visuelle Identität, sag ich mal. Und nochmal etwas, was über die Story hinausgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also es ist vielleicht auch nicht das erste Backdrop-Set, sondern vielleicht das erste, was so benannt wird. Noch so ein Backdrop-Set, wo ich das Gefühl hatte, so ein Backdrop-Set wäre Innistrad gewesen, zum Beispiel Eldritch Moon, diese Detektiv-Geschichte. Kommt mir vielleicht später nochmal kurz drauf an, wenn wir über das nächste Set sprechen. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz gut, weil wir sagen ja immer wieder, die Karten können ja nicht so gut die Story erzählen, sondern können eher Welten erzählen. Und wenn wir halt, je öfter wir auf Welten kommen, desto stärker braucht es sozusagen neue Identitäten für die Welt. Und ich glaube, dass so ein Backdrop eine sehr, sehr starke Identität sein kann oder ein Ausgangspunkt für eine Identität, die auf dieser Welt dann mit der Vielzahl der Karten beschrieben wird. Und das hat man hier meines Erachtens ziemlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ob das jedermanns Geschmack ist dann oder ob das sich zu sehr zerfasert. Und das ist erst mal zweitens. Das ist sicherlich auch etwas, wo die noch ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln müssen. Es macht es halt weniger erwartbar, was wir auf so einer Welt vorfinden können. Das werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch stärker sehen, dass halt jedes Set, auch wenn wir die Plane kennen, mehr eine Überraschungstüte sein wird an Mechanismen. Das nächste Set wird eine absolute Überraschungstüte, glaube ich. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch erfrischend, weil man eben nicht sagt, ah gut, jetzt kommen wir wieder zu den Gilden und dann wird es wieder irgendwie hier eine Kartenabwerfmechanismus geben für die Gilde. Vielleicht machen sie sich da auch ein bisschen lockerer und ihre Spielerinnen und Spieler gleich mit, dass man halt sagt, okay, zeigt uns mal was, was ist denn eure Idee, wenn wir jetzt auf diese Welt wieder zurückkommen, was passiert denn da? Und es ist eben nicht nur, ich erkunde Länder, sondern okay, wir haben jetzt hier dieses Höhlen-Thema, was können wir denn da draus machen? Wie gut das dann immer funktioniert, ist natürlich die nächste Frage, weil wir haben es auch gerade festgestellt, manche Höhlen-Sachen, okay, haben weniger gut funktioniert als andere, aber insgesamt ist dieser Versuch, glaube ich, trotzdem geglückt, ohne es jetzt überhaupt schon mal gespielt zu haben. Ist jetzt, glaube ich, auch die richtige Zeit, jetzt wo man mit den Omen-Faden so ein bisschen dieses Planeswalking aufgelöst hat. Und jetzt muss ich schon wieder auf das nächste Set verweisen, das wird ja auch nicht nur auf einem Plane spielen, soweit ich gehört habe, sondern wir können ja durchaus so ein bisschen wechseln. Oder ist das schon wieder zu viel? Aber wir kommen ja durchaus zu den Sets, die auf mehreren Planes spielen. Ja. Und dann braucht es natürlich trotzdem ein gemeinsames Thema, was sozusagen den einzelnen Planen überschreitet. Wir hatten es ja jetzt auch zuletzt gesehen beim Phyrexianischen Krieg, wo wir auf unterschiedlichsten Planes waren. Da gab es den Backdrop, und ich würde es jetzt mal als Backdrop bezeichnen, dieses Krieges, des Phyrexianischen Krieges quasi. Ja. Der sich durch verschiedene Welten durchgezogen hat. Das heißt, man schöpft weniger aus der Identität eines Planes, als vielmehr aus der Identität, die man diesem Set gibt, unabhängig von Planes, von Planeswalkern und den vorhandenen Themen, die man dort bereits gesehen hat. Ja. Und auch Mechanismen, genau. Genau. Vielleicht ist das unser Fazit an der Stelle, dass wir das feststellen und erst mal nicht schlecht finden. Ich finde es spannend. Oder spannend finden, ja. Finde ich ein gutes ... Ja, ja. Ich bin ja immer sehr gespannt. Ich hab ja nach wie vor ... Ich bin immer sehr gespannt. ... der Meinung, dass das R&D, Wizards R&D, einige der besten Game-Designer in der Welt sammelt und mit Mark Rosewater ein Typ und ein Spiel, unter seiner Feder auch ein Spiel geschaffen wurde, was es in der Form nicht gibt. Ein Spiel, was seit 30 Jahren überarbeitet und weiterdesignt wird. Es wird ja permanent revisioniert, permanent iteriert mit allen Mechanismen, die neu hinzukommen. Das ist eine Aufmerksamkeit, die kaum einem anderen Spiel zuteil wird auf der Welt. Auch wenn es andere Spiele gibt, die älter sind. Aber dass die durch ihre permanentes Forschen ... Und ich glaube wirklich, dass dieses Research and Design nicht nur Design ist, sondern wirklich auch Research, ein Erkunden, ein Ausloten von spielerischen Möglichkeiten ist und erzählerischen Möglichkeiten. Deswegen bin ich immer sehr, sehr gespannt, wenn die neue Sachen machen. Denn ich hab immer das Gefühl, dass zumindest im Design sie den SpielerInnen einen Schritt voraus sind. Und das find ich erst mal ganz cool. Vielleicht so als globales Fazit noch mal. Sehr schön. Dann lassen wir es dabei bewenden und sind gespannt auf die kommenden Sets und vergeben aber jetzt erst mal noch Preise für das aktuelle Set. Denn das machen wir ja auch immer in der Set-Review-Folge. Wir vergeben Preise für Karten, die wir besonders schön fanden, in vier Kategorien. Und ich finde, da können wir auch mal einen Trainer einspielen, bevor wir zur Preisverleihung gehen. So, fangen wir mal an. Ich würde gern mit dem Fun-Win anfangen, weil ich hab die Vermutung, wir könnten da vielleicht das Gleiche haben. möglich, ich ... Es gibt ... Ich hab zwei. Ich hab nämlich auch das Gefühl gehabt und hab mir zur Not noch einen Ausweich ... eine Ausweichkarte bereitgelegt. Okay. Dann mach ich mal das ... Dass wir auf jeden Fall zwei verschiedene Karten vorstellen. Ich mach auf jeden Fall das, was wir wahrscheinlich beide haben, den umkämpften Spielball. Ja, richtig. Da haben wir beide. Für zwei Mal ein Artefakt. Immer wenn dir Kampfschaden zugefügt wird, übernimmt der angreifende Spieler die Kontrolle über den umkämpften Spielball und enttappt ihn. Also, wenn ich ein Tor geschossen hab, kriegt der Gegner den Spielball, dann kann ich ein Tor bei ihm schießen. Und für zwei kann ich den opfern. Nee, Quatsch. Für zwei kann ich ihn tappen und eine Karte ziehen und eine Punktemarke auf den umkämpften Spielball legen. Und falls dann fünf oder mehr Punktemarken auf ihm liegen, opfere ich ihn und erzeuge einen Schatzspielstein. Also, ich schieß dich ab mit meinem Ball und dann krieg ich den Ball. Na, das ist ein komisches Bild. Ich krieg auf jeden Fall den Ball und dann kann ich eine Marke drauflegen und wenn dann fünf Marken drauf liegen, kann derjenige, der ihn gerade besitzt, kann ihn opfern und einen Schatzspielstein bekommen. Ist so ein kleines Minigame im Spiel. Finde ich ganz lustig. Ja, das finde ich richtig cool. Ich liebe das, wenn Karten hin und her wandern. Auch das, was ich an meinem Blim-Commander-Deck liebe, das einfach permanent Karten, permanent Karten ist, ist total schnell übernommen. Dass die einfach die BesitzerInnen wechseln, das finde ich irgendwie ganz cool. Das bringt irgendwie Schwung rein. Okay. Erwartbare Gewinner in dieser Kategorie und würdiger Gewinner auch in dieser Kategorie. Aber du hast noch was anderes. Dann hätte ich ergänzend zu diesem wunderschönen, zu dieser wunderschönen Ankommen-Karte, die du vorgestellt hast, den dreifaltigen Donnerhühnen. Der hat so einen kleinen Abstrich, was den Pfand anbelangt, nämlich seine Mana-Kosten. Der kostet nämlich sieben Mana. Ist eine Artefaktkreatur und Gnom. Allerdings ein sehr großer Gnom, glaube ich. für, ja, genau, ein dreifaltiger Donnerhühnen-Gnom. Dreifaltiger Donnerhühne. Also der kommt mit 3 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel und immer wenn eine dreifaltige Donnerhühne ins Spiel kommt oder angreift, erzeuge so viele 1-1 farblose Gnom-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine, wie seine Stärke beträgt. Also 3. Also ich greife an, mache 3, es sei denn, ich konnte seine Marken irgendwie vermehren durch diverse Effekte, die es vielleicht gibt oder er hat vorher nochmal exploriert oder so. Und ich habe aber noch eine Fähigkeit, ich kann nämlich für 2 Mana und ein anderes Artefakt opfern, wie zum Beispiel einen der Gnom-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine und kann eine plus 1 plus 1 Marken auf den dreifaltigen Donnerhühnen legen. Das heißt, ich habe so eine richtig schöne, kann so hin und her basteln und ich glaube, das macht Spaß, dieses nochmal was an ihn ranzubasteln. Ich nehme ein Artefakt weg, mache das quasi kaputt, bastle es an ihn dran, mache ihn damit ein bisschen größer, er greift an und es fallen wieder neue, wie aus so einer Gnom-produzierenden Maschine, neue farblose Gnom-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine heraus, die ich dann wiederum verwenden kann, um ihn vielleicht größer zu basteln und so sieht der auch ein bisschen aus, wie so eine Menge kleiner zusammengesteckter Gnome, wie so ein Gnom-Transformer. Es gab mal diese... Wie heißt der Typ gleich nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen, den die Power Rangers bauen konnten aus ihren 5 Vehikeln. Das habe ich nie geguckt. Okay, ist egal. Aber es gab diese Karte und es gab auch eine Karte auf Dominaria, glaube ich, oder irgendwo, wo wenn du die Kreatur zerstörst, dann zerfällt ihnen so ganz viele kleine Teile. Das fände ich auch lustig. Das hast du bei Hütrin manchmal. Ich mag die und ich glaube, dass es Spaß machen könnte, es zu spielen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es für meine Gegner und Gegnerinnen Spaß macht, mir zuzugucken, wie ich anfange, an dem Ding rumzudoktern, aber das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich mag die, der Illustration, den kleinen Papagei, der noch im Vordergrund mitsitzt und so durch sein eines blaues Auge anstarrt. Schön. Von Javier Ribiero. Illustration. Javier Ribiero, genau. Ja, schön. Weiter geht's. Komm. Ich mache Flavor Win und ich habe vier Karten im Flavor Win, die ich alle ganz schnell nenne, weil ich glaube, es war eine falsche Entscheidung, Jurassic Park hier als Universe-Beyond-Karten mit reinzumischen, sondern man hätte einfach Karten von Indiana Jones reinmachen können, weil ich glaube, alle Themes und Tropes von Indiana Jones sind hier drin. Die Kreissägenfalle ist drin. Der unaufhaltsame Rollstein, also im Englischen Boulder. Ja, genau. Der Rollstein. Rollstein. Ein schöner Rollstein, ja. Eins, zwei, drei, vier Rollstein. Der schlitternde Grubenwagen, die Peitsche des Hautdegens oder abwärts in die Schlucht, wo der heilige Kral gerade in die Schlucht fällt. Also es sind sehr viele Anspielungen auf Indiana Jones Filme und ich finde das einen sehr schönen, einen sehr schönen Flavor-Win von diesen Karten, dass man das alles wiederfindet. Ich hoffe, es war gewonnen. Ich hab's vorhin... Das ist kein Zufall, davon kannst du ausgehen. Ich hab's vorhin schon kurz erwähnt, die Piraten, die auf dem Berg Gold stehen und das ist mein Flavor-Win. Auf Gold stoßen. Vier, rot, rot, rot. Ich hab wieder mal eine rote Rare-Hexerei gewählt. Irgendwie sind das oftmals meine liebsten Flavor-Win-Karten. Und die haben Entdeckung 10. Das ist gut. Das ist geil, ne? Und falls der Mana-Betrag der entdeckten Karte weniger als 10 ist, auf Folge so viele getappte Schatz-Spielsteine, wie die Differenz beträgt. Das ist geil. Ich stoße auf jeden Fall auf etwas, was 10 wert ist. Also der Schatz hat eine definierte Menge sozusagen. Und genau, was ich halt quasi nicht in meiner eigenen Bibliothek entdecke, also es ist wie so eine Schatztruhe, die ich aufmache und drin liegt dann so eine coole Maschine, ein Gerät, ein Artefakt oder eine hilfreiche Kreatur. Und drumherum sind noch ganz viele Goldsteine. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Kiste voll gefüllt mit Schätzen, die ich hier bekomme. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Auch wenn es irgendwie, keine Ahnung, gefühlt wenig mit unseren, auch wieder mit den Höhlen zu tun hat, sondern wirklich viel mehr wie Indiana Jones, wie bei dir auch. Ja. Im Original Hit the Motherload. Sieben Mana, das ist so eine Karte, die man als Pre-Release-Promo in seinem Deck findet, die man dann unbedingt spielt, das ganze Deck drumherum baut und dann spektakulär scheitert mit diesem Deck. Hauptsache immer wirken. Ja. Aber das Problem ist, wenn man dann nichts Cooles findet, sondern einfach im Late Game neun Schatzspielsteine da hat und zusätzlich zu seinen neun Mana, die man gezogen hat in seinem vollkommen gefallenen Spiel. Und so eine Mana-Creature, so ein Elf, der für ein grünes Mana tippt. Für eins. Ja. Ist ja nicht mein Fun-Win, ist mein Flavor-Win. Ja, okay. So, dann kommen wir zum Übersetzungs-Win. Ja, okay, ich fang mal an. Mach mal. Ganz einfaches Ding. Im Original, der Dinotometon und im Deutschen, der Dinomad. Der Dinomad. Dinomad. Dinomad ist ne Common-Artefakt-Kreatur, Dinosaurier und Gnom für drei und ein rotes. Hat immerhin vier, drei. Und bedrohlich. Und wenn der Dinomad ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur dann eine Wahl, die du kontrollierst, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Was der macht, vollkommen egal. Aber Dinomad, das will ich unbedingt einfach spielen, um es laut durch den Raum schreien zu können. Wo kommt dieser Hamburger Slang her? Auf was spielt das an? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Achso, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht anders aussprechen. Ich kann es nicht anders aussprechen. Ich überlege mal noch, während der Folge, vielleicht fällt es mir am Ende wieder ein. Ich werfe die Mykotyrannen ins Spiel, weil ich es witzig finde, dass hier diesem Gegner, dieser Gegnerin ein Geschlecht gegeben wird. Und es ja eh so wenig gute Gegenspielerinnen in allen Fantasy-Dingen gibt. Jetzt ist es hier ein großes Pilzwesen. Ich glaub, da ist die Latte noch nach oben nicht erreicht von kreativen Gegenspielerinnen. Aber ich find's gut, dass man sich hier überlegt hat, Mensch, das ist jetzt nicht einfach nur der Mykotyrann, sondern es ist die Mykotyrannin. Ich find, das macht irgendwie so ein ganz anderes Bild auf. Und ich find's spannend, drüber nachzudenken, was haben denn eigentlich so diese Wesen, die man dann auch in so Fantasy-Dingen trifft, was haben die eigentlich für ein Geschlecht? Und wie sehen die sich selber vielleicht auch? Und was bewegt die? Und ich find, das regt einen so zum Nachdenken an. Deswegen find ich das ganz witzig, dass die Mykotyrant die Mykotyrannin ist. Ist auch geil, wie sie hier drohend auf den Häusern oben drauf als riesen Pilzwesen, was die aber auch so an die Wand gewachsen ist, ne? Ja, find ich. Und ähnlich wie Margot Honecker, die ja auch Minister für Volksbildung war, ist die Mykotyrannin hier, legendäre Kreatur Ältester und Pilzwesen. Ach so, weil alle im SED-Staatsrat Älteste waren. Staatsratsvorsitzende. Nee, weil so wie die Ministerposten nicht gegendert wurden in der DDR. Das meinte ich, ja. Die Kreaturentypen nicht gegendert. Ja, genau. Richtig. Sehr gut. Wollte ich nochmal explizit sagen. Genau. Margot Honecker war die einzige weibliche Mitglied in diesem Männergremium. Ja, genau. Für die hat man jetzt nicht angefangen, eine Ministerin draus zu machen. War aber jetzt auch keine Vorkämpferin für die feministische Idee, würde ich sagen. So würde ich das auch bezeichnen, ja. Ja, genau. So. Kommen wir zum Silberner Tasty. She happened to be a woman, ja. Ja. Okay, Silberner Tasty. Soll ich mal anfangen? Mach mal. Ich möchte kurz Honorable Mention, tatsächlich an dieser Stelle, für Siddharth Chateauwedi. Ja. Der nämlich 13 Dinos in Wasserfarben gezeichnet hat. Das ist gut. Als Alternate Artwork. Und die finde ich alle richtig nice. Ich finde es cool, es hat mich an alte Drew Tucker-Illustrationen wieder erinnert, der ja damals früher in den 90ern auch viel mit Wasserfarbe gezeichnet hat. Heute vielleicht immer noch. Sieht man, fällt noch nicht so auf. Und Siddharth Chateauwedi hat ganz, ganz tolle Illus gemacht. Aber meinen Silberner Tasty verleihe ich an Sidrian. Sidrian ist ein alter Ego für Adrian Dominguez und der ist ein Illustrator aus Mexico City. Da ist er zumindest geboren. Anfang der 90er und Ich seh grad die Illu, ja. Er hat sehr viel Design auch wieder in seinen Illustrationen und jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, wie viel er für dieses Set gemacht hat. Der hat drei Illustrationen für dieses Set gemacht und vorher noch nie eine andere Illustration für Magic. Das heißt, es ist ein Newcomer und ich möchte prämieren seine Illustrationen für das alternative Artwork des Planeswalkers im Set Quintorius Kant. Finde ich eine wunderbare Illustration. Man sieht einfach, der macht sehr viel mit Symmetrie. Ja, das heißt, man sieht einfach groß, Quintorius Kant, diesen Elefanten, der uns anschaut, aber es sieht aus, wie aus Federn nachgebaut, wie eine Maske von Quint. Und in ganz farbenfroh dargestellt, ganz symmetrisch, blickt der uns an durch so weiße kleine Augen und das finde ich eine wahnsinnig schöne Illustration, die perfekt auf diese Karte passt und ich glaube auch auf der Größe der Karte ganz wunderbar funktioniert. Übrigens haben sie hier ganz viele lateinamerikanische IllustratorInnen herangeholt, die Illustrationen gemacht haben. Das möchte ich insgesamt nochmal erwähnen, dass da wirklich viele coole Stile dabei sind, die man so in Magic bisher noch nicht gesehen hat und die dieses Thema, dieses, ja, wie nennen sie das immer, dieses Azteken. Achso, ich dachte, Showcase. Ja, die haben ja dieses, dem Set, dieses Ganze, lassen sie ja vor allem in den Artworks dieses ganze Thema Ja, mittelamerikanische. Alter südamerikanischer, mittelamerikanischer Kulturen irgendwie mitschwingen. Ja, vor allem mittelamerikanischer, genau. Und haben daher auch sehr viele KünstlerInnen aus dieser Gegend herangeholt, und unter anderem ihn. Und deswegen gebe ich Sidrian den Silbernen Tasty. Schöne Wahl. Finde ich, kann ich unterstützen. Finde ich, sehr schöne Karte. Wo kann man die denn ziehen? Hast du das rausgefunden, wo man die ziehen kann? Warte, lass es mich kurz nachschauen. Ich gehe mal live in die Welchen von diesen acht Produkten kann ich diese Karte kriegen? Also, ich habe es schon hier und kann jetzt sehen. Also, in Draft Booster Displays, in Pre-Release Packs, im Set Booster Display, im Sammler-Booster-Display und im Bundle. Also, überall. Das habe ich jetzt über die Wizards Card Image Gallery rausgefunden. Ja, genau. Zu dieser Karte gibt es aber noch ein anderes, natürlich. Noch ein zweites alternatives Artwork, zusätzlich zu seinem einen originalen Artwork. Und das ist auch in all diesen Produkten, die ich gerade aufgezählt habe, zu finden. Okay. Bist du fertig? Ja, was hast du, entschuldige bitte, was hast du prämiert? Ich habe eine Karte rausgesucht von einer Künstlerin, die bislang erst neun Karten gemacht hat, beziehungsweise acht, wenn man die Artcard abzieht, von einer Illustration, die sie auch gemacht hat für Magic, aber die eigentlich uns immer sehr positiv aufgefallen sind und mir jetzt auch in diesem Set wieder aufgefallen ist. Das ist AM Sator und die Karte ist das verwirrende Rätsel. Es ist eine sehr grafische Karte, die jetzt nicht, also es geht so ein bisschen auch in den Stil, der uns bei Dominik Mayer sehr gefällt, aber der ist hier ein bisschen, der ist jetzt nicht so dieses Speedpending-mäßige, sondern es ist mehr so dieses Grafische von Wiley Beckert, so eine Mischung aus Dominik Mayer und Wiley Beckert, kann man es beschreiben. Monochrom mit sehr starken Farbeinsprengseln, hier in dem Blau und es ist alles so ein bisschen, ja, sehr, sehr schwarz-weiß, aber die Farbe blitzt und funkelt da so herdurch und diese Rätselkarte hier finde ich sehr schön gemacht und sie hat, ja, da dreht sich quasi so eine Person, die so einen Mantel um hat, der Gold und Silber hat und das Rätsel bringt ihren Kopf so ein bisschen zum Rauchen und aus den Füßen raucht es auch so ein bisschen raus und das Ganze dreht sich so und es sind noch so ein paar ikonografische Hintergründe mit eingearbeitet, also gefällt mir sehr, sehr gut und sie macht auch sonst in ihrer Arbeit sehr viel in Supernatural, steht auf ihrer Webseite, also Mythen, Geschichten, die dunklere Seite von Märchen, das liegt ihr so und da illustriert sie auch immer so dieses Abgründige, so mit rein in ihre Illustration. Finde ich sehr, sehr schön und ist mir aufgefallen beim Durchgucken und ihr würde ich in dem Fall den Silbernen Tasty geben. Ja, großartig, gut, dass du das gemacht hast. Über die stolper ich auch immer wieder und denke mir dann immer Wiley Beckert, ach nee, A.M. Sartor, mich erinnert sie sehr, sehr stark an Wiley Beckert und ich finde es schön, dass du die prämiert hast, denn das finde ich tatsächlich von all ihren Illustrationen auch mit eine, die mir am besten gefällt, auch weil sie hier am prägnantesten ist, denn sie hat sonst auch einen sehr, sehr weichen Stil, sag ich mal, also keine harten Kontraste und oftmals auch so ein bisschen wie so verwischte Bleistiftkonturen sozusagen und ich glaube, ich weiß nicht, womit sie arbeitet, es sieht ein bisschen aus wie Bleistift, sehr, sehr stark Bleistift und vielleicht Tusche, man weiß es nicht, Bleistift und Buntstift könnte es sogar sein, wer weiß, ich finde es ganz toll und schön unaufgeregt, aber trotzdem meisterinnenhaft. Wenn euch dieser Stil gefällt, um einen kleinen Bogen zum Anfang zu machen, ich hatte ja erwähnt, es gibt dieses Deck of Many Things von Dungeons & Dragons und das wird ja physisch produziert und die Illustrationen da drauf, die sehen, also wenn euch die Illustrationen von Wiley Beckert oder A.M. Sartor oder Dominik Mayer gefallen, dann schaut euch mal die Illustrationen vom Deck of Many Things an, die sind alle so in diese Richtung und wenn euch das gefällt, dann gefallen euch vielleicht auch diese großen Karten. Großartig. Ich finde, wir haben ganz tolle Karten rausgesucht. Finde ich auch. Ich finde, wir haben dieses Set, das war schön. Ich habe ein richtig schönes, Gefühl jetzt bekommen für dieses Set. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso, aber mir hilft es total, mit dir, Martin, auch einfach mal so drüber zu sprechen. Deswegen machen wir diesen Podcast auch, weil wir eh drüber sprechen würden und hilft mir auf jeden Fall immer sehr dabei und heute ganz besonders, so ein Gefühl für dieses Set zu bekommen. Und ich glaube, darum geht es. Denn wenn ich mit einem guten Gefühl ins Pre-Release starte, nächstes Wochenende, dann weiß ich, dass ich da Spaß haben werde. Komm, dann lass uns jetzt noch den größten Spaß machen, in die Nachspeise gehen und schauen, wie wir mit unseren Predictions für dieses Set lagen und dem Ganzen dann noch die Predictions für das kommende Set hinzufügen. Genau, jetzt gibt es wieder ein Gericht für die Nachspeise oder ein kleines Betthupferl aus einem mittelamerikanischen, südamerikanischen Produkt und es gibt Kakao. So, wie gut haben wir denn vorausgesagt, was uns in diesem Set erwartet? Guys, deine Predictions. Fang doch mal an. Ich darf das schnell, also ich finde es gut, dass es eine Nachspeise ist, weil ich war wieder so schlecht, dass man es eigentlich nicht als Teil des, ach, des, 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 des normalen, des normalen Sets Reviews irgendwie bringen kann. So. Mein erster, es gibt einen legendären Colossal Dreadmoor. Ich würde den halben Punkt geben, weil es gibt schon Karten mit Dreadmoor-Bezug. Ja, zwei. Es gibt zwei, es gibt Dreadmoors Eier, das ist ein Instant, der einer Kreatur plus zwei plus zwei und Trampel gibt und bla, und es gibt den Earthshaker Dreadmoor, wo unser geliebter Dreadmoor irgendwie mega mutiert aussieht, schön Federn bewachsen diesmal, ja, wieder, aber irgendwie nicht mehr, es sieht nicht ganz aus, als wäre er selbst. Sein Kopf sieht verhältnismäßig kleiner, so diesen riesigen Körper. Er hat trampelt, er kostet wieder vier und zwei grüne, ist eine 6,6 und trampelt, aber er hat einen krassen Powercreep bekommen, macht nämlich jetzt noch mehr, nämlich zieht er eine Karte für jeden Dino, den ich kontrolliere und ist auch eine Ankommen geworden jetzt. Okay. Was hast du noch gesagt, was passiert? Also falsch. So, Cosmium als möglicher Quell Sparks wieder zu entfachen. Das kann sein, dass ich irgendwann noch manchmal nicht liege. Es kann sein, weil wir wissen überhaupt nicht, was Cosmium macht, also es können natürlich auch Sparks wiederherstellen. Wir haben erstaunlich wenig darüber rausgefunden, aber ich bin mir sicher, dass es weiter, dass es uns noch weiterhin begleiten wird. Was keine Prediction für das nächste Set ist. Cosmium kapiert. So Shandra und Nissa landen auf Ixalan. Vielleicht, ja. Nee. Vielleicht irgendwann mal, ja, in unserer Abwesenheit, aber nicht in diesem Set. Und ich hatte noch meinen Bonus, meine Bonus-Prediction war, es gibt Bemannen auf Dinosauriern, was natürlich totaler Blödsinn war. Deswegen lag ich natürlich auch falsch. So, Martin, ich glaube, du lagst wieder mal ein bisschen näher an der Wahrheit dran. Mehr durch Zufall. Also, ich hatte einmal vorausgesagt, dass dieser Backdrop irgendwas mit einer Schatzsuche zu tun hat. Und ich, also ich würde sagen, am nächsten daran ist, bin ich vielleicht mit Craft gekommen, dass man halt diese Schätze findet und dann, die dann irgendwie veredelt. Ich weiß nicht, ob das einen halben Punkt wert ist, aber ich würde sagen, das ist am nächsten dran, was es gewesen sein hätte können. Ja, ist ja auch ein Team-Effort. Bisher sind wir bei null, von daher ist ein halber Punkt schon gut. Dann, was zu meinem Leidwesen, wahrscheinlich hat es Mark Rothbard aus sich ausgedacht, wurde aber dann von Set-Design gekillt, dass alles umgekehrt ist. Also Power-Toughness oder das auf dem Kopf gespielt wird oder das mit gegnerischen Karten gespielt wird. Nichts davon hat es ins finale Set geschafft, aber ich beziehe. Dass man auch alle Karten rückwärts lesen muss. Ja, das liegt bestimmt in der Schublade bei Mark Rothbard und das kommt bestimmt noch. Das nächste Anzert allerdings. Genauso wurde wenig darauf Rücksicht genommen, dass in der Höhle schlechte Beleuchtung herrscht und dass verschiedene Teile der Karte abgedeckt werden. Auch das ist nicht ... Da haben die dich nicht gehört einfach. Womit ich aber gar nicht so falsch lag. Ich habe ja geschrieben, Energie kommt zurück. Und tatsächlich wäre ja dieses ursprüngliche Idee mit diesem Craft so ein bisschen wie Energie gewesen, in dem der Spieler kaut und bekommt, wie er für was einsetzen kann. Auch das hat mir Mark Rothbard und mir entrissen, aber wir wissen ... Dass es eigentlich richtig gewesen wäre, das ins Set zu bringen. Also wir haben den halben Punkt. Wir haben den halben Punkt, ja. Aber jetzt ... Jetzt wird es natürlich besser, weil jetzt können wir frisch im Geist und mit unseren Niederlagen noch im Kopf überlegen, was passiert bei Mörders at Karloff Manor. Und auch da ... Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Auch da würde ich dir gerne mal was einspielen, was vielleicht noch mal dich erinnert, was Mark Rothbard dazu gesagt hat. Oh ja, bitte. Was dieses Set ist. Und vielleicht beeinflusst das auch noch mal deine Aussagen. Okay, which brings us to our first new set of 2024, Murders at Karloff Manor. So I explained with Ixlan that we do what we're calling backdrop sets, in which we take a brand new mechanical theme, but put it in a known world. So we are doing a top-down murder mystery set, play into all the genres and tropes of murder mystery, but we are setting it on Ravnica. Now I should stress, this is not a normal Ravnica set. It's not sort of about the guilds. I mean, the guilds are here creatively, but if you want to play the guilds, we have Ravnica Remastered that's right before this, have a chance to play the guilds. This is a cool murder mystery set. And we've done something really neat, which is, there are murders woven into the story and there are mysteries woven into the game itself, where you, the players, will get to solve puzzles and solve your own mystery. We've spent a lot of time planning on this. I was on the group that did it. It's a lot of fun. I can't wait for you guys to try it. So guys, was heißt das jetzt? Jo, was heißt das? Kann ich dir sagen, was das heißt? Cheese load. Easy. Ich glaube, Mark Rosewater, der schaut ja so auf die Klassiker. Und wenn er davon spricht, dass hier diese Puzzle und diese Murder Mysteries woven into the set sind, dann ist er hier ganz klar von Cluedo inspiriert. Natürlich, das gehört ja auch Hasbro. Das gehört auch Hasbro, genau. Und bei Cluedo, um quasi ... Ganz kurz noch was. Es gibt ja auch ein Cluedo parallel, das rauskommt mit diesem Set. Ach was? Ach, das wusste ich ja gar nicht. Cluedition. Raffnika. Murder Set, Karl of Männer. Okay, geil. Und ich glaube, es wird sowas geben, wie ich nenne es mal irgendwie Murder Mystery Karten, also so Karten mit sozusagen Aufträgen, wo ich sozusagen drei Dinge tun muss. Ich brauche eine Kreatur, also wer war es? Ja. Einen Gegenstand. Ja. Einen Artefakt. Womit? Ja. Und ich brauche sowas wie einen Ort vielleicht noch. Wo? In der Bibliothek oder irgendwie was anderes. Also ich muss so drei Karten quasi wie so ein ... Ich muss quasi, um dieses Murder Mystery zu lösen, muss ich drei bestimmte Kartentypen spielen, um den Effekt dieses, die Belohnung des Murder Mysteries, was ich dann gelöst habe, zu erhalten. Witzig. Ich habe was Ähnliches prädiktiert. Prädiktiert. Prädiktiert, genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Nee, mach du erst mal zu Ende. Ach, ich mach erst mal zu Ende. Mach erst mal zu Ende. Dann glaube ich, was sie ... Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich wollte noch mal kurz auf Innistrad zu sprechen kommen. In Innistrad Eldridge Moon gab es damals schon einmal eine Detektivgeschichte. Oh. Und zwar wurde da in Innistrad, Shadows of the Innistrad gerätselt, was ist hier los? Und dann konnte man Clues finden, dass hier die Eldrasi auf Innistrad angekommen sind. Auf den Illus der Karten. Auf den Illus der Karten, genau. Und das kam sehr gut an. Und sie haben sich Feedback geholt. Und die Fans waren so, machen wir noch mal? Und dann meinten sie so, ja, das machen wir noch mal. Nicht gleich, aber in so ein paar Jahren machen wir das noch mal. Und ich glaube, hier ist jetzt das Set gekommen, wo sie quasi diese Story so gestalten, als großes Rätsel, als ein Houdanit. Tatsächlich Houdanit, das Genre, wo man den einen Mörder sucht und genau rausfinden muss, wer war's. Und das wird hier auf jeden Fall passieren, dass uns die Story womöglich gar keine Auflösung bietet oder so erzählt wird, dass wir am Ende erst die Auflösung eines großen Houdanits bekommen. Finde ich gut, finde ich schön. Finde ich beides sehr gut, die Predictions. Mhm. Und? Weißt du, wer diesmal kommt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nicht Nissa und Chandra. Diesmal sind es Jace und Ruska. Die sind verschwunden. Mystery. Mystery. Wir müssen ihr verschwunden aufklären vielleicht. Aber es wird ein Mystery geben. Und Jace und Ruska, vielleicht gibt es auch ein Mörder-Mystery um eine dieser Figuren. Wir sehen ja auch auf dem Key-Artwork, was wir bereits gesehen haben. Ich kann nicht alle davon erkennen, aber das Massaker-Mädel kann ich erkennen. Die ist die Wörterin. Die war es auf jeden Fall. Der Name. Die war es auf jeden Fall. Der Name ist ein Clou. Ich glaube, sie waren es alle, aber vor allem sie. Okay, nicht schlecht. Mhm. Das waren meine drei Predictions. Okay. Ich habe natürlich auch mir gedacht, Hasbro, Cluedo, wer war's? Das zerspiegelt sich auch in den Mechanismen wieder, die wir hier in diesem Backdrop-Set wiedererkennen werden. Es gibt ... Backdrop. Es wird ein Artefakt-Theme geben, das spielerisch im Draft nicht funktionieren wird, traditionell. Wann willst du das auflösen? Das kann ich jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit sagen. Alles, was mit Equipment und skaliert, wie viele Equipments so eine Kreatur trägt, also es wird's geben, es wird spektakulär nicht funktionieren und das Artefakt-Thema sind Mordwaffen. Es wird verschiedene Mordwaffen als Equipment geben, die Kreaturen anlegen können. Ist das ein zweiter Guess? Ist das ein zweiter Guess? Das ist doch der erste Guess. Also das spektakuläre Artefakt-Theme sind Mordwaffen. Okay. Passt ja zu meinem eigenen Guess. Genau. Dann habe ich mir diese Mörder-Idee noch mehr genauer angeschaut und ich würde sagen, wer ist der Mörder? Und wir wissen das lange, lange nicht, denn Manifestieren kommt zurück. Du manifestierst den Mörder, verdeckt und kannst den dann umdrehen. Genau. Und deswegen... Wer war's? Wie bei wer war's, ne? Genau. Und da kommt mir zu Hilfe, dass es in diesem Set keine doppelseitigen Karten geben wird. Das ist immer noch die zweite Prediction. Ah, gut, okay. Und dann muss man so fragen, hat dein Mörder ein Bart? Ja, genau. Und wenn er es nicht, wenn er es hat, musst du es aufdecken. Genau. Es ist ja auch das erste Mal, wo Playbooster ins Spiel kommen, ne? Da können sie noch nicht so viel machen, deswegen gibt's da keine doppelseitigen Karten. Und deswegen kann man Manifestieren reinbringen. Und dann wird's noch, im guten Sinne von Cloedo, wird's einen neuen Landtyp geben, Rooms. Ähm, der Salon, der Garten, der... Dings. Und dann kannst du quasi Leute im Garten mit der Mordwaffe umbringen. Hm. Ist ein bisschen vage, dieser Tipp, weil die sehen jetzt gerade erst einen neuen Landtyp in, ähm, X-Alan mit K. Egal. Ja, das, das, ja, aber das passt zu diesem Backdrop-Gedöns dazu. Das hindert die nicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt auch wieder zu meiner Cloedo-Prediction. Ja, ich würde auch sagen, es ist Cloedo-All-Over. Ja. Und, ähm, genau, als Bonus-Tipp könnte ich noch sagen, Clue-Tokens kommen zurück. Ja, das ist ja sicher, dass die zurückkommen. Aber das sind so meine drei... Auf jeden Fall kommen die, ja, kommen die auf jeden Fall. Und ich kann mein Drei-Frage-Zeichen-Deck auf jeden Fall ziemlich aufmotzen nach diesem Set, glaube ich. Am besten fühle ich mich mit diesem Artefakt-Thema. Wir hatten lange kein Artefakt-Thema mehr. Alle freuen sich immer, wenn ein Artefakt-Equipment-Thema drin ist. Das wird's. Aber jetzt hatten wir doch gerade ein Artefakt-Set. Aber nicht mit Equipment. Nicht mit Equipment. Das stimmt. Ah, Equipment, das ist der eine Guess, wo ich sagen würde, nee, glaube ich nicht. Bei den anderen Sachen finde ich, finde ich sehr gute Überlegungen. Aber wie willst du diese Mordwaffen benutzen, wenn du sie nicht equippen kannst? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Genau. Das sind unsere Bedingungen. Das wird schon weggehen. Das wird schon weggehen. Mark Rosenfeld fällt was ein und dann sagt Z-Design, nein! Machen sie doch ein Gildenset draus. Machen sie doch ein Gildenset draus. Zehn Gildenset, ein Set. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich mich sehr wohl fühle. Wie gesagt, als großer Drei-Frage-Zeichen- und Krimi-Geschichten-Fan die so amerikanisch angehaucht sind, freue ich mich darauf. Ja, dann sind wir durch. Wir machen jetzt gleich noch eine kleine Aufnahme für unsere Steady-Unterstützerinnen. Die da sind Patrick, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns auf Steady unterstützt. Wenn ihr uns auch auf Steady, genau, wenn ihr uns auch auf Steady unterstützt, dann bekommt ihr immer noch eine Bonus-Folge. Da machen wir nämlich einen Booster auf, der thematisch mit diesem Set, das wir besprochen haben, wo diese Folge zu tun hat. Und diesmal ist es Rivals of XLand. Das machen wir jetzt gleich noch. Und heute gibt es noch ein bisschen mehr für die Steady-Unterstützer. Ja, hast du noch was? Jetzt sag ich dir gleich, was ist gleich noch. Jetzt sag ich dir gleich, was ist noch. Okay. Das weißt noch nicht mal du. Wir bedanken uns aber auch bei allen anderen, die uns nicht auf Steady unterstützen. Einfach fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns auch sehr, sehr weiter und kommentieren, Sterne vergeben, wo auch immer, den Podcast verlinken, einfach mal ausdrucken und Weihnachten in Briefumschlag legen. Das, das, das. Wir haben immer ein schönes Transkript. Ja, mitlesen. Ja. Genau. Transkript nur auf der Webseite und Kapitelmarken mit Bildern von allen Karten, die wir besprochen haben, nur in Podcast-Abspiegelräten und Playern, die das unterstützen. Ja, genau. Und in der nächsten Folge werdet ihr die Kapitelmarken wieder sehr stark benötigen. Ja. Denn die nächste Folge wird unser alljährlicher Adventskalender sein und dann schon in der vierten Ausgabe. Genau. Und da haben wir uns ein ganz tolles Thema schon überlegt. Das haben wir mal kurz so zwischendurch. Aber das verraten wir euch dann. Nee, das verraten wir uns dann auch. Also vielen, vielen Dank. Ja. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind noch auf Twitter unter at tasty-mtg. Wir findet uns auf unserer Website tasty-mtg.de. Da könnt ihr uns überall Kommentare hinterlassen und natürlich ist jeder Kommentar und jeder Daumen hoch willkommen auf einer der einschlägigen Podcast-Plattformen. So. So. Und jetzt verschwinden wir hier. Jetzt viel Spaß beim Spielen. Und wir machen Booster auf. Und nicht nur Karten öffnen, sondern auch das Licht anmachen. In die Tiefe steigen. In die Tiefe gehen. Tschüssi. Tschüss. Das war die. Wir müssen, wir müssen das vorbereiten. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.